Moin Moin aus Hamburg. Hier ist Johanna Baumann, auch bekannt als Comiczeichnerin Schlogger. Bevor es hier gleich losgeht, sage ich euch kurz, was ich so mache. Und zwar zeichne ich Webcomics, die Gehirnfürze heißen. Die findet ihr auf meiner Webseite Schlogger.de oder auf Instagram, Twitter, Facebook unter The Schlogger. Ich habe auch ein paar Bücher rausgebracht, ein paar Star Wars Cartoon Bücher, Spaß Wars 2 und 3 und meine Masterarbeit Streitsam, da geht es über Streit, sowie meine Bachelorarbeit. Danach, da geht es über Trennungsgeschichten. Könnt ihr mal reingucken. Aber jetzt erstmal wünsche ich ganz viel Spaß mit den Comic-Cookies. Cookies, Comic-Cookies, lecker. Herzlich willkommen zu den Comic-Cookies Folge 99. Mein Name ist Andi, ich bin der Andi aus Nürnberg und heute auch wieder mit dabei ist der Andi aus woanders her. Hallo Andi, wie geht's dir? Hallo Andi, mir geht's gut. Ich bin aus der Nähe von Frankfurt. Besser hätte ich es auch nicht gewusst, deswegen habe ich auch den Ort nicht gesagt. Erstens, weil ich nicht weiß, ob du deinen Standort überhaupt kundgeben willst und außerdem besser als Nähe von Frankfurt wusste ich es auch nicht. Und soweit ich weiß, aus einer ähnlichen Ecke, ihr seht, wir kennen uns alle richtig gut, ist der Patrick heute wieder mit dabei. Hey Patrick. Hi. Wenn ich das richtig sehe und die HörerInnen werden es jetzt vielleicht schon gemerkt haben, wir sind nur zu dritt heute. Der Breedstorm ist heute nicht mehr dabei. Und ich glaube, das bedeutet, dass das die allererste Comic-Cookies Folge ist, in der keiner der Original-Cookies dabei ist, kann das sein? Das ist wohl wahr. Wobei wir alle irgendwie Original-Cookies sind, oder? Also so ein bisschen so gefühlt im Herzen. In den Spezialen war es doch auch so, dass dann ab und zu nicht der Breedstorm dabei war. Aber ich glaube, es war immer der Steffen oder der Breedstorm dabei. Also ich habe jetzt natürlich nicht jede einzelne Folge gehört, aber ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass es irgendeine Folge gibt, wo nicht mindestens der Steffen oder der Breedstorm dabei war. Aber müssten wir einen Original-Cookie fragen, ist aber jetzt keiner da. Das wird sich nächsten Monat ändern. Da ist dann die Folge 100, die große Jubiläumsfolge Comic-Cookies, der Podcast, der jetzt schon seit 2012 über Comics spricht und damit unseres Businesses der langlebigste deutsche Comic-Podcast ist. Also mindestens einer der, wenn nicht der, also nicht der Erste, aber zumindest der, der noch immer noch läuft, wahrscheinlich seit längstem. Ja, also deswegen finde ich es ganz spannend, dass wir heute diesen Monat eine Folge haben ohne Original-Cookie und nächsten Monat dann die Jubiläumsfolge, wo wir natürlich dann auch noch andere Menschen zu Wort kommen lassen wollen, die in all dieser Zeit den Podcast in der einen oder anderen Form auch mit begleitet haben. Wir, nachdem wir heute nur zu dritt sind, haben jetzt mal wieder pro Person drei Comics mit dabei, die wir heute vorstellen wollen. Aber bevor wir dazu kommen, frage ich erstmal noch in die Runde. Wir haben das jetzt vorher gar nicht wirklich abgesprochen. Gibt es irgendwas, was wir noch ansprechen wollen oder erwähnen wollen, bevor wir in unsere Comic-Besprechungen reingehen? Andi, hast du irgendwas auf dem Zettel? Ich möchte auf jeden Fall ganz kurz noch auf das Feedback zur letzten Folge eingehen, das nämlich vermehrt kommt. Also ich bin wirklich total dankbar, dass es da draußen nicht nur Menschen gibt, die uns hören, das wissen wir ja auch, sondern auch vermehrt Leute gibt, die uns kennen und die uns eben auch Feedback geben. Teilweise ist davon sogar einer, den wir ganz nur beim Tele-Stadt nicht begrüßen durften, jetzt auch fest ins Team gekommen, weil er mich und Patrick über die Comic-Cookies kannt. Das ist ganz cool, der macht jetzt mit uns Marvel-Recaps, insbesondere eben zu The Winter Soldier und The Falcon. Und total geil und wir haben generell Feedback bekommen, wir haben positives Feedback bekommen zur Thematik Comic-Szene, da wir, glaube ich, das relativ distanziert, objektiv betrachtet haben, das Thema. Da gab es echt gutes Feedback und wir haben es, denke ich, auch chronistisch ganz gut eingefangen. Dafür also nochmal vielen Dank. Das freut uns wirklich sehr, dass wir da von verschiedenen Ecken und Kanten einfach dann auch im Detail Leute kriegen, die sich halt Zeit nehmen und uns schreiben, wie ihnen unsere Besprechungen, unsere Podcast-Folgen gefallen haben. Und dann natürlich immer noch der Hinweis, dass wir ja jetzt seit geraumer Zeit zwei Chat-Gruppen haben. Das ist dann zum einen auf Signal und zum anderen auf Telegram und gerade bei Telegram ist richtig viel los. Da haben wir schon eine sehr kleine, aber feine Hörendenschaft. Da gibt es einen richtig, richtig, richtig regelmäßigen, guten Austausch über Comics. Also wirklich, das ist, das ist klasse. Auch in einem Rahmen noch, der einen noch nicht erschlägt. Man kann da schon echt noch mitkommen. Und Patrick, da haben wir vor allem dir zu verdanken, dass da auch sehr gut und fachlich kompetent geantwortet wird. Ja, aber auch der Leger-Legende postet hier regelmäßig sehr guten franco-belgischen Content. Das muss man jetzt auch anrechnen, dass er da auch, wenn ich mal nicht kann, dass er da ziemlich nachlegt oder mich vertritt. Ja, also da wirklich der Hinweis, wenn ihr ein bisschen Austausch wollt, wir haben auch andere Podcaster mit in der Gruppe und so und das ist echt top. Wir werden so schnell wahrscheinlich keinen Discord-Server starten, aber wer mit uns in Kontakt treten möchte, und das geht noch, weil wir halt eben wirklich da jetzt erst angefangen haben, der kann das auf jeden Fall auch über Telegram und Signal tun. Alle wichtigen Links dazu findet ihr in den Shownotes. Ansonsten natürlich auch unsere Social-Media-Plattformen. Wir sind natürlich auf Twitter vertreten, auf Facebook, auf Instagram. Die werden teilweise von unterschiedlichen Leuten auch betreut. Also ich persönlich habe jetzt den Instagram-Account. Ich glaube, Breedstorm macht hauptsächlich Twitter und Facebook. Andi machst du, glaube ich, hauptsächlich oder so. Also da wird auf jeden Fall jemand antworten, aber vielleicht eben jeweils jemand anders, je nachdem welchen Kanal ihr da benutzt. Das könnte als Hinweis auch noch Folge 100, du hast jetzt schon einiges angeteast, aber wenn das alles so klappt, wie es klappt, dann wird das wirklich eine Jubiläumsausgabe, die sich gewaschen hat. Und nicht nur, dass wir vielleicht den einen oder anderen Gastauftritt haben. Nein, wir werden auf jeden Fall auch Gewinnspiele haben und nicht irgendwelche Gewinnspiele. So viel sei an der Stelle auch schon mal verraten. Und da seid ihr, braucht ihr halt Social-Media für, weil wir da halt eben quasi das Gewinnspiel starten werden. Sehr gut. Top-freshe News, die wir in der Runde jetzt auch gar nicht, noch nicht so komplett haben. Überhaupt nicht. Wir hören das hier gerade auch zum ersten Mal. Also das Thema Gewinnspiel wurde schon mal angesprochen, aber nähere Details hatten wir jetzt tatsächlich in der Gruppe so auch noch nicht besprochen. Da auch natürlich ganz vielen Dank an den Andi, der sich da um sowas dann eben auch kümmert und da ganz viel organisiert, ganz viel macht. Ja, also ich habe manchmal auch ein schlechtes Gewissen, dass ich... Du bringst dafür die Kompetenz mit in den Podcast, das passt schon. Wie es einer in der Gruppe so schön geschrieben hat, wir sollten dafür Geld kriegen. Also schon allein, was Steffi, was Leger Legenden und was ich da an Tipps rausgehauen haben und was dann die Leute da dann gekauft haben, dachte ich, oh shit, ja. Bisschen stimme ich da zu. Ja, das stimmt wirklich, ne? In der Telegram-Gruppe, da haben wir zwei, drei Hörende, vor allem Männer, muss ich sagen. Ich glaube, die Steffi ist da ziemlich auf weiter Flur, was die weiblichen Leute in der Gruppe angeht. Allein auf weiter Flur. Aber die haben richtig, die haben dann so drei, vier Fragen gestellt, gebt mir mal Tipps. Und dann gab es halt natürlich listenweise Tipps in der Gruppe und dann haben die wirklich richtig Geld ausgegeben und sich das Zeug gekauft. Also hätten wir diese Tipps nicht gegeben, wären da jetzt nicht, keine Ahnung, schätzungsweise 200 Euro geflossen. Und da muss man schon mal sagen, eigentlich müssten wir uns das irgendwie provisionsmäßig mal hier bemerkbar machen lassen. Ja, schon allein, wie viele Leute Spiru in der Sowjetunion gekauft haben. Spiru bei den Sowjets, nachdem es der Breedstorm empfohlen hat, finde ich cool, wie da die Leute drauf reagieren. Also Andi, dann frag mal bei Carlsen nach, ob die nicht auch was fürs Gewinnspiel sponsern wollen. Keine Sorge. Vielleicht sollte ich mir auch mal irgendwie all diese Apps zulegen, damit ich in solchen Diskussionen auch mal mitmachen kann. Aber ich bin leider auch tatsächlich immer sehr schnell überfordert von sowas, wenn ich dann eben nicht... Wahrscheinlich ist da der Rechtsweg eh wieder ausgeschlossen. Mit solchen, gerade auch so Discord-Sachen oder so, wenn dann so viele Menschen in einem Ding drin sind und ich eben jetzt kein Mensch bin, der ständig dafür Zeit und Muße hat, da mit teilzunehmen. Und dann gucke ich dann abends dann mal rein und dann sind da 300 Beiträge, wo ich mir denke, ich gucke mir die jetzt nicht durch. Naja, wie auch immer. Gut, Patrick, hast du noch irgendwas, was du ansprechen willst, bevor wir zu den Comics kommen? Erstmal nicht. Alles klar, cool. Dann machen wir wie immer zu Beginn unsere Runde und sagen erstmal pro Person, was wir so an Comics vorstellen und gehen dann in die Einzelbesprechung. Andi, was hast du heute für uns dabei? In der Reihenfolge, in der ich sie auch gelesen habe, möchte ich heute vorstellen die komplette Reihe Lily Sworn, sechs Hefte von The Next Art vom Künstler Matt Finch. Dann werde ich das erste von, wie ich inzwischen gelernt habe, zehn Teilen von Barfuß in Hiroshima vorstellen. Also da der erste Band Kinder des Krieges von Keiji Nakazawa, auch ein Klassiker, den man gelesen haben muss. Und gerade gestern habe ich noch gelesen, Gotteskrieger von Alexander Vogt und Lukas Kummer, in dem besonderen Fall aber an der Ausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung. Patrick, was stellst du heute vor? Ich habe erstmal wieder einen Ausflug ins Blackhammer-Universum. Ich stelle da Colonel Weird, Cosmogog vor. Der kam erst vor ein, zwei Monaten raus. Dann von Jodorowsky und Möbius die In-Kal-Reihe, besteht aus so sechs Bänden. Gibt auch ein Prequel, aber das habe ich noch nicht gelesen, da kann ich nichts zu sagen. Und von Mazzarano und Ingo Röhmling die Chroniken des Universums. Das ist quasi so die Pilot-Episode von einem Science-Fiction-Zyklus, den Ingo Röhmling jetzt schreibt, beziehungsweise zeichnet. Also wie Patrick bei uns in der Gruppe im Vorfeld schon gesagt hat, er hat jetzt so das Science-Fiction-Triple-Feature von Comics, die bei Splitter erschienen sind. Und ich mache heute quasi auch ein Triple-Feature. Ich habe drei Manga dabei, die alle vom gleichen Künstler geschaffen sind, von Tetsuya Tsutsui. Und zum einen ist das die Reihe Prophecy, da stelle ich den ersten Band von drei vor. Dann die Reihe Manhole, da stelle ich auch den ersten Band von drei vor. Und Poison City, das ist ein Zweiteiler, da habe ich beide Bände gelesen. Da sage ich auch gleich vorneweg, nachdem der Andi vorhin was gescherzt hat, von wegen, dass ich hier Kompetenz mitbringe. Manga ist jetzt nicht meine Kernkompetenz, aber da werden wir uns ranarbeiten. So, dann fangen wir nochmal an. Andi, stell mal deinen ersten Comic vor. Sehr, sehr gern. Ich beginne mit der Vorstellung in der Reihe Lily Swann. Und Lily Swann erscheint bei wieder mal einem Verlag, den ich sehr schätze, weil ich halt eben persönlich die Leute alle schon kennengelernt habe, nämlich bei The Next Art. Und The Next Art ist so ein kleiner, aber feiner deutschsprachiger Indie-Verlag. Einer der positiven, sehr, sehr positiven Beispiele von Verlagen aus Sachsen, die halt nicht auf die Kacke hauen, also beziehungsweise nicht im negativen Sinne auf die Kacke hauen, sondern die ganz tolle, ja, sagen wir mal Action-Comic, vor allem Genre-Comics veröffentlichen, die auch junge und noch eher, ich will nicht sagen unerfahrene, aber zumindest nicht im Mainstream angekommene KünstlerInnen unterstützen. Der lieber Sebastian ist es in dem Fall, der ist der Verlagsleiter und der ist auch ständig anzutreffen auf sämtlichen Live-Veranstaltungen, die es so in Deutschland gibt, beziehungsweise gab. Und auch in dem Fall war es hier so bei Lily Swarm. Ich habe ihn zuletzt getroffen, das war, glaube ich, war es Dortmund? Ja, ich glaube, es war in Dortmund auf der Con. Das dürfte die letzte Großveranstaltung im Comic-Bereich gewesen sein. Im Jahr 2019 war das dann, Dezember. Und da habe ich eben, wie gesagt, am Verlagsstand rumgehangen, wie ich das immer so mache, weil ich dann immer alle Hände schütteln muss und so. Und da saß ein Künstler, den ich tatsächlich noch nicht vor dem Mikro hatte, nämlich der Matt Finch. Und der liebe Matt, der ist dort gleich mit sechs Comics aufgeschlagen und alle sechs habe ich mir gleich gekauft, hatte mir netterweise auch gleich direkt unterzeichnet und habe dann mit ihm auch ein Interview geführt. Bei dem anderen Podcast-Projekt, das ich hier nicht zum nächsten Mal droppen möchte, könnt ihr halt eben das Interview mit ihm auch hören. Und da will ich euch nicht die Gelegenheit nehmen, ja, da einfach mal reinzuhören. So, worum geht's? Lily Swann? Ich bin jetzt so hin und her gerissen, ob ich einen ganz zentralen Punkt, der das Genre betrifft, jetzt schon vorweggreifen soll, weil der, und das macht sich bereits, glaube ich, im Verlauf des zweiten Hefts bemerkbar, dann auch dominant fürs ganze Genre wird. Lasst doch mal so anfangen. Lily Swann ist eigentlich eine Assistentin von einem Kopfgeldjäger. Und zwar ist das Ganze ein Western-Setting, alles sehr düster und sie trifft, wie man zunächst zumindest denkt, relativ zufällig ins Leben eines Kopfgeldjägers und hat dann mit dem so Abenteuer. Ein Abenteuer ist zum Beispiel, ich blätter hier gerade mal so ein bisschen durch die, ja, das sind übrigens alles gleich so Mini-Geschichten, die in ein oder zwei Heften abgeschlossen sind. Die erste Mini-Geschichte trägt den Titel Lily Swann and the Chinese Circus. Und da geht's genau um diesen Zirkus. Die lernt also ihren, ja, wenn wir mal Kumpan beziehungsweise Chef kennen, diesen, ja, Kopfgeldjäger, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, aber ist auch nicht so wichtig, obwohl der ja schon eine Hauptfigur ist. Und als Außenstehender könnte man sagen, okay, die trifft ihn ja total zufällig und er kann ihr auch nicht widerstehen, weil die ist natürlich super sexy gezeichnet und das trifft übrigens auch für die komplette Serie zu. Also nackt, glaube ich, sehen wir sie nahezu nicht, aber wirklich alle Proportionen von ihr, die sie als attraktive, schlanke Frau so hat, werden uns hinreichend präsentiert. Und da kann er offensichtlich nicht Nein sagen. Ganz zu Beginn gibt's auch einen kurzen Hinweis vom, ja, vom Kopfgeldjäger hier, willst du nicht vielleicht lieber mal dieses hübsche Kleid hier anziehen oder so oder was machst du heute Abend noch? Das gibt's einmal und dann trifft's aber in der ganzen Serie nicht mehr zu. Also da muss man sagen, zumindest unser Protagonist ist nicht so drauf angesprungen, wie das vielleicht die Lesendenschaft tun soll auf diese Sexiness. Und ja, dann geht's halt darum, dass sie hier zu so einem Zirkus kommen und der Zirkus ist irgendwie ein bisschen schräg. Was ist denn da in diesem Zirkus los? Und dann plötzlich kommt Magie ins Spiel und dann muss gekämpft werden und alles ist ganz krass. Und dann gibt es zum Beispiel noch die Reihe Call of the Dead beziehungsweise The Last Call of the Dead. Und sag ich mal, wer sich so ein bisschen im Of-the-Dead-Genre auskennt, weiß auch so ungefähr, worauf es hinausläuft. Und ich kann auch sagen, genau das ist der Teil, der dann hier auch die Reihe dominiert. Man hat hier also diverse Abenteuer, die in der Wüste spielen. Hier wird halt geschossen und man säuft auch mal. Und dann muss man halt eben auch mal der Hitze trotzen. Und dann gibt es einen coolen Spruch und so. Das ist aber alles sehr kurzlebig an verschiedensten Schauplätzen, wie in der alten Kirche eben auch noch. Und ja, das ist alles ganz cool, alles schön düster, viel Magie. Und spätestens, wenn irgendwo in der Wüste ein Piratenschiff auftaucht und man nicht so genau weiß, wo dieses Piratenschiff eigentlich herkommt, dann kommt da so ein bisschen auch dieser Mystery-Aspekt mit ins Spiel. Unsere Lily Swann. Ja, das ist eine Figur, von der weiß man nicht so viel. Ich seh ja gerade, ich blätter hier gerade durch den Teil The Double Kill. Und da ist sie schon ziemlich oft ziemlich nackt drin. Also nehme ich das zurück. Das ist, ja, also das ist eine faszinierende Serie. Man weiß noch nicht so viel über die Protagonistin. Nur es wird relativ klar, vielleicht ist das Treffen mit diesem Kopfgeldjäger nicht ganz so zufällig, wie es in den ersten Heften den Eindruck macht. Vielleicht ist sie doch deutlich komplexer, die Figur und smarter, als man das zunächst meinen könnte. Vielleicht ist sie doch nicht einfach bloß das blonde Dummchen, sondern hat noch eine ganze Menge mehr zu bieten. Und vielleicht ist es nur eine Fassade. All das wird hier in diesen ersten sechs Heften aber noch nicht ganz aufgeklärt. Das müssen wir uns also dann noch selbst anlesen. Und das vielleicht so ein bisschen zur Story, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Was auf jeden Fall heraussticht, ist das Artwork. Und bei dem Artwork, da muss man sich echt mal unterhalten. Und da könnte man auch diskutieren, warum ist es eigentlich, wie es ist. Ich habe das den Matt damals 2019 auch gefragt. Und man muss mal sagen, und das kaufe ich ihm auch ab, Matt sieht sich selbst eher als Künstler. Also eher weniger der Handwerker, der jetzt hier einfach saubere, klare, total offensichtliche, meinetwegen gemäldeähnliche Dinge zeichnet und uns dann eben einen Comic in der Form präsentiert. Er ist ein Künstler durch und durch und hat hier einen eigenen Stil gewählt, der sicherlich auch nicht jedermanns Geschmack ist. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass der jetzt sonderlich detailverliebt ist. Also gerade was Hintergründe angeht, das sind über weite Strecken nur Flächen. Und wir haben auch eben bei den Figuren und vor allem insbesondere bei den Gesichtern ist vieles, ich weiß nicht, ob man minimalistisch sagen kann, aber mit möglichst wenigen Strichen gemalt. Oder aber mit so ganz krass vielen kleinen Strichen, dass es schon irgendwie auch merkwürdig aussieht. Ist aber Absicht, passt gut zum Gesamtbild. Und wird auch nochmal unterstrichen durch eine sehr reduzierte Farbpalette. Also vieles ist angedeutet, vieles ist ein bisschen verwaschen. Wir haben, da ist kein Schatten, kein großartiger Schatten irgendwie in den Figuren. Das ist alles eher so flächig koloriert. Auch so Farbübergänge sind eher die Ausnahme. Also keine Ahnung, bei Lilly zum Beispiel, auch wenn es jetzt hier nochmal um Feinheiten geht, bevor er sich jetzt sonderlich viel Zeit für ihr Gesicht nimmt, sehen wir lieber sehr besonders schön ausformulierte und gezeichnete Brüste. Oder wenn sie halt dann mal nackt nach vorne krabbelt, dann kannst du ihr quasi auch in den Schritt gucken und so. Das war ihm scheinbar irgendwie wichtig. Also er bedient damit halt eine gewisse Zielgruppe. Und ich will jetzt auch, es ist halt einfach eine stilistische Sache, man muss das mögen. Es ist damit auch sexistisch, aber ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht in den nächsten Heften, die er angekündigt hat, ich habe ihn die Tage auf Social Media mal gefragt, wie sieht es denn aus? Kommt dann noch Heft 7 und Heft 8? Er meinte wohl, er würde daran arbeiten, dass da unter Umständen nochmal eine Erklärung kommt, warum Lilly ist, wie sie eben eigentlich ist. Also von meiner Seite aus eine Empfehlung für eine Reihe, die ich übrigens komplett auf Spielplätzen gelesen habe, weil man sie nämlich mitnehmen kann. Sie passt sehr gut in den Kinderwagen und vorausgesetzt, man lässt nicht zu viel Sand draufkommen. Dann kann man damit mal eben kurz ein paar Comicseiten durchblättern, was lesen und ist sehr unterhaltsam. Vielleicht würde ich die ein oder andere Brustwarze nicht zur Mama nebenan zeigen. Also eine Empfehlung von mir für ein bisschen Indie-Kost, die mit 5 Euro das Heft beziehungsweise 6 Euro das Heft nicht so teuer ist. Wenn man alle zusammenkauft, gibt es vielleicht ein gutes Angebot. So viel mal dazu noch. Und guckt mal rein. Ist zumindest ein Experiment wert. Eine Reihe für den Spielplatz, aber nicht für Kinder. Ja, ganz genau. Wenn ein andere Eltern, wenn Eltern einen Mann auf dem Spielplatz solche Comics lesen sehen, fragen sie, ob er auch ein Kind dabei hat. Sonst ist es gruselig. Ich habe da zwei Nachfragen dazu. Zum einen, habe ich das richtig gehört, dass du den Comic mit einem englischen Titel vorgestellt hast? Ja, Lily Sworn. Nein, ich meine End the Chinese Circus. Die Titel sind alle englisch, die Sprache und das Original ist alles deutsch. Die ganzen kompletten Koffer sind immer in Englisch. Da steht da zum Beispiel drauf, Lily Sworn, Now with Poster. Und da ist ein Poster drin. In Double Kill. See hungry hands rip Lily's dress to pieces. So, aber es ist komplett deutsch alles. Okay, weil das hat mich, weil ich wusste jetzt bei dem Namen Matt Finch jetzt eben auch natürlich nicht, weil ich den Menschen noch nicht kenne. Und ich meine auch auf seiner Website den Comic gerade mit einem deutschen Titel gefunden zu haben. Darum habe ich mich eben gefragt, wie die Sprache im Comic selbst dann ist. Und was ich dann noch nachfragen wollte, du hast ja gesagt, dass es da dann noch so übernatürliche Elemente gibt. Ist das in jedem der Bände der Fall? Also ist das ein Kernelement der Geschichten, dass es auch so übernatürliche Elemente gibt? Ja, gibt es. Das ist auch in jedem Fall der Teil. Die ersten, in jedem Teil der Fall ist rum. Und es ist auch in, es sind unterschiedliche mystische Aspekte, wobei ab Heft 2 oder 3 das immer derselbe ist, wenn ich von Off the Dead spreche. Okay. Okay. Also ich kenne die Comics nicht, habe die, glaube ich, noch nicht gesehen. Also kam mir jetzt überhaupt nicht bekannt vor, als ich jetzt mal kurz geguckt habe. Aber von deiner Beschreibung her hat es mich an Jacques Tadis, Adele Blancsec ein bisschen erinnert. Nur in Sexy anscheinend. Also diese Ermittlerin des Übernatürlichen in Frankreich. Da gab es vor einigen Jahren auch mal eine Verfilmung dazu. Ich habe, ich glaube, weiß nicht, so zwei, drei Bände davon gelesen. Ich vermute, dass die momentan auch gar nicht aufgelegt werden. Ich glaube, das ist so eine Reihe, die man gerne mal aus der Bücherei irgendwie sich aus irgendeinem Archiven noch holen muss. Aber ja, gut. Also es war jetzt nur, wie gesagt, ohne dass ich jetzt die Comics von Matt Finch gesehen habe, kann ich jetzt natürlich nicht wirklich dann einen Vergleich ziehen. Aber so dieses Frau ermittelt und stößt an übernatürliche Phänomene und Elemente, hatte mich da jetzt ein bisschen mit erinnert. Aber anscheinend in Sexier. Und mit diesem englischen Cover, das erinnert doch immer wieder an auch so Tales from the Crypt, wo das alles auf Englisch dastand, obwohl wir es auf Deutsch haben. Lässt sich halt wahrscheinlich schwerer übersetzen oder soll halt dieses Sensationsgierige von damals wieder spiegeln? Ja, ich kann da nur spekulieren. Matt Finch ist ja auch ein Künstlername. Ich glaube, der heißt Matthias. Und das ist sicherlich... So war es doch nicht. Jetzt hast du seine Maske heruntergerissen. Patrick, wie schaut es bei dir aus? Willst du das lesen? Interessiert dich das? Andi weiß, dass ich eh so ein Fable für The Dead hab, also für das Zombie-Genre und für so ein Mystery-Einschlag. Klingt jetzt alles nicht verkehrt, auch dass es ein bisschen ins Trashige geht. Geschenkt, da könnte ich durchaus mal einen Spaß mit haben. Ich werde wahrscheinlich einen Blick riskieren. Und gerade bei dem Preis ist die Hürde auch nicht so wild. Das ist so ein Beispiel von, das hätte ich nie gekauft, wäre ich nicht in Stuttgart gerade an dem Stand gewesen und wären die Jungs nicht sympathisch und so. Da muss ich schon klar sagen, da stehst du halt da und kaufst es halt dann. Eben, weil es nur ein paar Euro sind. Also für mich wäre es jetzt auch so ein Ding, da müsste ich mal reinschauen, weil so an sich von der Prämisse, die du beschrieben hast, klingt das auch für mich interessant, und wie der Patrick jetzt auch gesagt hat, so dieses Ermitteln im Mysteriösen, so Detektive und Übernatürliches, das mag ich auch gerne. Von der Beschreibung schreckt mich ein bisschen die Sexiness ab. Das müsste ich tatsächlich erst mal sehen, ob das was ist, wo ich dann auch Spaß dran habe oder wo ich mir dann auf jeder Seite denke, na, das hätte jetzt nicht sein müssen. Bei mir ist da die Hemmschwelle halt ein bisschen geringer. Ich habe auch damals The Boys im Zug gelesen, während Leute neben mir gesessen, da kenne ich nicht wirklich so die Scham. Ja, mir geht es nicht darum, wer das sieht, sondern ob ich das sehen will. Also da geht es mir jetzt nicht darum, ob andere Menschen mich das lesen sehen, sondern ob ich mir dann denke, das ist mir zu sexistisch. Das brauche ich nicht. Aber das kann ich nicht beantworten, weil ich das nicht gesehen habe. Also ich kenne die Comics nicht. Nur rein aus der Beschreibung bin ich da ein bisschen vorsichtig. Okay. Gibt es noch irgendwas zu sagen zu Lily Swan? Nö, gar nichts. Ist ein Verlag, wie gesagt, ich wiederhole mich da, den man vor allem live trifft. Man kennt die sonst nicht unbedingt. Und wenn ihr da mal einen Blick riskiert, die haben generell ein tolles Verlagsprogramm mit vielen tollen Leuten. Guckt einfach mal die Seite an. Das ist halt ein Genre-Comics und da haben wir, glaube ich, eine Menge Hörende für. Genre-Comics sind eine gute Sache und ich beklage ja häufig den Mangel an guten Genre-Comics aus Deutschland, zumindest die ich auch wahrnehme. Und ich nehme natürlich nicht jeden Comic wahr. Das muss ich natürlich auch ganz ehrlich zugeben. Aber in meinem Blickfeld sind leider zu wenige gut gemachte deutsche Genre-Comics. Ich mache mal weiter. Ich nehme mir das jetzt mal raus, an mich selbst abzugeben und beginne mit dem ersten Band der Reihe Prophecy von Tetsuya Tsutsui. In Deutschland erschienen bei Carlsen-Manga im Jahre 2014 und soweit ich das jetzt recherchiert habe, wohl aktuell nicht ab Verlag verfügbar. Das scheint schon wieder außer Druck zu sein. Nichtsdestotrotz, ich habe in der Vorbereitung zu dieser Folge mir überlegt, was mache ich denn, was lese ich denn, was bereite ich vor. Und habe mich dann mal vor das Manga-Regal meiner Frau gestellt, weil ich dachte, ich habe jetzt schon eine Weile hier keinen Manga mehr vorgestellt. Ich probiere mal was Neues aus, was ich auch noch nicht gelesen habe. Manchmal stelle ich ja Comics vor, die ich auch schon kenne. Und bin dann erst mal bei Poison City hängen geblieben, den ich als letztes vorstellen werde, aus Gründen, die sich dann ergeben werden, wenn ich ihn vorstelle. Und direkt daneben standen dann eben auch Manhole und Prophecy, alle vom gleichen Autoren Zeichner. Und dann dachte ich, dann mache ich das eben so. Dann mache ich hier mal so ein Themen-Ding, dass ich halt die drei Comics einer Person vorstelle. Prophecy, wie gesagt, ein dreibändiger Manga. Das ist etwas, was mir immer sehr entgegenkommt. Und ich verliere schnell die Geduld und das Interesse, wenn Reihen so endlos lang sind. So alles so über fünf Bände finde ich dann schon anstrengend. Und deswegen sind so gerade Manga-Reihen für mich häufiger mal ein Hindernis. Selbst wenn mich die Geschichte interessiert, aber wenn ich dann sehe, dass es irgendwie 28 Bände sind, dann sinke ich schon in mich zusammen. Weil ich mir denke, das frisst jetzt einen Haufen Geld, einen Haufen Platz im Regal und einen Haufen meiner Zeit, wo ich dann genau weiß, nach dem vierten Band interessiere ich mich dann gerade wieder für was anderes und muss dann irgendwann schauen, wann ich wieder zurückfinde zu dieser Reihe. Deswegen Manga, die so in ein, zwei, drei Bänden sind, das finde ich sehr gut. Prophecy, wie gesagt, habe ich jetzt erstmal nur den ersten Band gelesen, die anderen beiden noch nicht. Es ist die Geschichte eines Menschen, der im Internet ein bisschen wie ein Robin Hood auftritt. Er ist versteckt hinter einer Maske, die aus Zeitungspapier besteht. Man nennt ihn Paper Man. Und der stellt Videos ins Internet, wo er, ja, quasi eine gewisserweise Anklagen an die Gesellschaft und er ersühnt Verbrechen, die nicht anständig bestraft wurden. Zum Beispiel ist ein Fall ist, dass eine Lebensmittelfirma Kakerlaken im Essen verarbeitet hat und die dafür nicht richtig zur Rechenschaft gezogen wurden. Und er nimmt dann quasi da die Justiz in die eigene Hand und tritt ein bisschen wie ein, ein, ja, ein Robin Hood oder auch eben ein, heißt er, John Kersey aus Death Wish auf. Ein bisschen ein, ein Rächer. Und es gibt in Tokio die Soko Cybercrime, die diesem ganzen Tun auf der Spur ist. Also das ist auch erstmal in diesem ersten Band so der Haupterzählungsstrang, dass man dieser Gruppe von Ermittlern und Ermittlerinnen der Cybercrime folgt, wie sie sich mit diesem Fall beschäftigen, wie sie versuchen rauszufinden, wie diese Videos überhaupt ins Internet kommen, von wo die hochgeladen werden, danach recherchieren und ja, natürlich erstmal auch auf verschiedene falsche Fährten gelockt werden, weil der Paperman natürlich auch nicht dumm ist, sondern auch weiß, seine Spuren zu verwischen. Und so nach und nach im Laufe des Bandes kommt diese Cybercrime also immer mehr dahinter, von wo das wohl so geschieht und wie der Paperman da vorgeht und auch was so die Intention dahinter ist. Gleichzeitig wird auch beleuchtet, wie die öffentliche Wahrnehmung und öffentliche Diskussion um die Taten des Paperman sich gestaltet und verändert. Also zu Beginn heißt es noch, ja, dass die Mehrheit der Öffentlichkeit gegen den Paperman ist und das kippt dann aber auch immer mehr und man stellt immer mehr fest, dass es doch eine hohe Unterstützung in der Öffentlichkeit gibt für die Taten des Paperman, eben weil er, ja, quasi eine Rache übt an Menschen oder an Firmen, die ihrer gerechten Strafe in Anführungsstrichen entgangen sind und die mehr oder minder die kleine Bürgerschaft, den kleinen Mann, wie er früher gesagt hat, ausnutzen und verarschen und, ja, der Paperman da eben für den kleinen Mann einsteht und da Rache übt. Gegen Ende des ersten Bandes nähert man sich dann auch so langsam und bekommt dann auch gewisse Antworten auf die Frage, wer steckt denn hinter diesem Paperman? Wer ist das und was sind die Beweggründe? Was war der Auslöser auch dafür, dass diese Figur des Paperman überhaupt geschaffen wurde und dass diese, ja, diese Taten begangen werden? Mir hat der ziemlich großen Spaß gemacht. Ich fand das eine sehr interessante Geschichte und gerade dann eben auch das Ende diesen ersten Bandes. Also, dass man da auch schon Antworten bekommt, dass man nicht mit einem kompletten Cliffhanger zurückgelassen wird. Also, die Geschichte ist natürlich nicht beendet, aber man bekommt gerade eben auf diesen letzten Seiten, also, oder in diesen letzten Kapiteln des Bandes, eine Hintergrundgeschichte zu der Figur des Paperman erzählt, die, ich finde, diesem ersten Band auch mehr Gehalt geben, als man es jetzt so in den ersten, ich sag mal grob, drei Vierteln des Bandes hat. Da ist es halt so eine Polizei, Ermittlungsgeschichte und das ist alles schön und gut, also auch eine soweit gute Genregeschichte, aber gerade so diese Hintergründe, die man da am Ende erfährt, haben es für mich dann so richtig interessant gemacht, dass ich dachte, gut, da steckt was dahinter, das könnte interessant sein, dann eben auch die nächsten beiden Bände dabei zu lesen. Was die Zeichnungen angeht, und da kommen wir jetzt an den Punkt, wo meine Kernkompetenz Manga nicht ausreicht, um da ein extrem gutes Urteil abzulegen. Ich habe durchaus Manga gelesen und ich habe da auch so gewisse Vorlieben. Ich sage immer, Inyo Asano ist mein aktueller Lieblingsmanga Zeichner, dessen Stil mag ich sehr, sehr gerne. Da kommt Tetsuya Tsutsui jetzt nicht ganz ran. Ich finde es gut gezeichnet, ich habe aber auch bei der Lektüre dieser ja, der anderen Bände auch, die ich später noch vorstellen werde, einige Aspekte festgestellt, die mir beim Lesen ein bisschen Schwierigkeiten bereitet haben oder mir zumindest nicht ganz den Genuss gegeben haben, wie ich das bei anderen Comics oder bei Comics habe, die ich wirklich, die ich richtig, richtig gut finde. Das eine ist, also das Manga-Format wissen ja, ist etwas kleiner als so die meisten Comics, die wir sonst in westlichen Landen so drucken, also schon mal deutlich kleiner als das amerikanische Heft-Format und natürlich noch mal deutlich kleiner als das europäische Alben-Format und alles, was zwischen so diesen Formaten liegt, aber trotzdem sind auf diesen kleinen Seiten relativ viele Panels teilweise mit abgedruckt und auch recht viel Text, was dazu führt, dass in vielen Panels so, ich sage mal grob zwei Drittel bis vielleicht sogar die Hälfte des Bildes mit Sprechblasen verdeckt sind, was ein bisschen für mich den Genuss an der Zeichnung in den Hintergrund rückt und ich auch das Gefühl habe, dass da dann eben auch gar nicht so viel Detail in die Zeichnung gelegt wird. Jetzt wissen wir, Manga ist häufig eine schnelle Produktion, sind in Fortsetzungen für regelmäßig erscheinende Magazine kreiert, die Mangaka stehen da in sehr hohen Zeitdruck, arbeiten in der Regel auch mit Assistenten, die sich dann zum Beispiel um Hintergründe oder Nebenfiguren kümmern. Aber das ist dann eben etwas, was mich dann hier tatsächlich auch nicht ganz so reinzieht, wie wie gesagt bei Comics, die mich dann richtig begeistern, hier das Gefühl habe, hier passiert eben extrem viel über Text und Dialog und weniger über die Zeichnung, außer dass mir eben die Figur gezeigt wird, die jetzt gerade den Text spricht. Deswegen sage ich, ja, das hat mir schon Spaß gemacht, das finde ich Geschmack nicht 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 ansprechend genug. Was mir dann auch aufgefallen ist, ist das Lettering und zwar die Sprechblasen, die ich ja auch schon mit erwähnt habe. Da kommen wir dann an einen Punkt, wo die japanische Schreibweise und die deutsche Schreibweise sprich oder wortwörtlich gegeneinander laufen. Also wenn die Sprechblasen für eine Schrift gesetzt wurden, die von oben nach unten verläuft, dementsprechend so länglich, vertikal länglich gestaltet sind und darin dann eine Sprache, die aber horizontal verläuft, dann ist da häufig zum einen sehr, sehr viel weiße Fläche in den Sprechblasen, was wiederum dann so den Punkt aufbringt, man müsste nicht so viel Bild damit verdecken, wenn es eigene Sprechblasen gesetzt werden und nicht die Originalsprechblasen übernommen werden müssen, müsste man weniger des Bildes verdecken und es wäre dann auch leichter lesbar, wenn anständige Sätze mit mehreren Wörtern nebeneinander verlaufen würden und nicht einzelne Wörter untereinander geschrieben werden müssten beziehungsweise auch sehr viele Wörter getrennt werden müssen. Also Extrembeispiel in einer Sprechblase stehen genau zwei Wörter diese zwei Wörter heißen dieser Zeuge es ist dabei eine vertikale Sprechblase und deswegen sind beide Wörter getrennt das heißt da stehen die Silben untereinander dieser Zeuge oder einzelne Wörter wie in einem Fall war es zum Beispiel das Wort exakt ist dann halt komplett untereinander geschrieben E-X-A-K-T Ausrufezeichen und das hat mich dann beim Lesefluss tatsächlich auch gestört also dieses ständige Trennen von Wörtern und immer bis anderhalb oder zwei Wörter nebeneinander und dann schon wieder Zeilenumbruch mir ist klar das ist nun mal eben genau das Problem dass hier eine westliche Schrift in eine asiatische Sprechblase quasi reingequetscht wird und dass das sicherlich ein deutlicher Mehraufwand wäre beziehungsweise manchmal vielleicht auch einfach nicht möglich ist je nachdem was für Vorlagen man bekommt vom Originalverlag dass man da eigene Sprechblasen reinmacht aber mir würde das glaube ich deutlich mehr Spaß machen wenn es möglich wäre da tatsächlich dann ein eigenes lettering mit neu gesetzten Sprechblasen zu machen ich vermute dass das ist sicherlich natürlich auch ein Gewöhnungsding ist ganz klar also wenn man jetzt nur Manga liest dann ist man daran gewöhnt genauso wie man daran gewöhnt ist das Buch in einer anderen Richtung aufzuschlagen das ist zum Beispiel nichts womit ich Schwierigkeiten habe dass ich die Seiten von rechts nach links lese statt von links nach rechts das kriege ich gut hin also da habe ich jetzt keine Probleme damit aber dieses Lettering Thema ist mir jetzt gerade bei diesen drei Reihen doch sehr stark aufgefallen ich habe dann eben auch mal andere Comics andere Manga aus dem Regal gezogen und habe dann tatsächlich erst mal zu Inyo Asano gegriffen weil ich dachte Mensch den finde ich doch so super hatte ich das Problem da auch und wo ich da reingeschaut habe da waren dann doch sehr viel passendere Sprechblasen drin ich weiß jetzt dann nicht ob da die Sprechblasen im Original einfach schon besser gepasst haben oder ob da die Sprechblasen tatsächlich für die westlichen die europäischen Comics geändert wurden das weiß ich nicht aber finde ich zumindest ein interessantes Thema finde ich ganz unabhängig ob das mir Spaß gemacht hat oder nicht aber ich finde das gehört eben auch mit dazu zur Betrachtung von Comics Sprechblasen und auch Fonts Komplettering ist ein Teil des Comics und gehört eben auch zum Leseerlebnis mit dazu deswegen ja dieses Thema wollte ich da mal mit angesprochen haben so ist das was Andi ich weiß du hast in letzter Zeit auch mal ein paar Manga gelesen bist du an dem Thema irgendwie auch schon mal vorbeigekommen Auf jeden Fall ich habe da nämlich auch gerade mal was rausgesucht was ich sehr empfehlen möchte also ich bin natürlich nicht annähernd so im Lettering Thema drin wie du aber ich finde es sau interessant mir das alles mal anzuhören weil ich auch diese Hintergründe ganz gern habe und aus dem Grund möchte ich das das gesamt panel da irgendwie ankommt und den rest müssen die übersetzenden Verlage halt eben selbst machen ja und insofern kann ich das schon nachvollziehen was du sagst mit diesen getrennten Silben und so das ist natürlich maximal murks aber das willst du halt machen das ist halt die Konsequenz davon wenn du Comics übersetzt oder Manga übersetzt und insofern kann ich das schon nachvollziehen in dem den ich heute vorstellen werde in der Carlsen Übersetzung von Barfuß durch Hiroshima ist mir das nicht aufgefallen in keinster Art und Weise da hat man aber auch wirklich komplett ja das ganze halt auch in die deutsche Leserichtung und so verpackt außerdem ist sehr viel Text und so ich denke da muss man auch viel mit den Größen arbeiten mit den mit den Textgrößen das ist glaube ich ein ganz wichtiges Thema ich kann mir vorstellen dass du ich weiß gar nicht was ist denn die sag ich mal effektivere Sprache dafür braucht man weniger Zeichen für das japanische um das auszudrücken oder für das deutsche also ich vermute japanisch wird vermutlich sein effektiver ja weil die haben ja Symbole für auch ganze Wörter ein Symbol und so und ich könnte mir vorstellen dass man am deutschen relativ viel kürzen muss ohne gleichzeitig versuchen muss den Inhalt irgendwie nicht zu sehr zu ja eben wegzustreichen da können uns ja auch gerne die Manga Fans anschreiben die da mehr in der Materie drin sind und uns sehr gern aufklären wie das aussieht weil da gibt es ja auch Hardcore Fans die dann auch japanisch lernen damit sie Animes und Mangas im japanischen genießen können vielleicht können die uns da so ein paar Anregungen geben aber ich verstehe es dass Andi da schon Irritationen hatte gerade dieses Abgehakte da wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen verwirrt gewesen meine Mangas die ich lese die sind auch mehr so ein bisschen an den europäischen Markt orientiert deswegen ist mir das jetzt gar nicht so sehr bisher aufgefallen ich habe dann auch mal tatsächlich den Vergleich gemacht weil wir also meine Frau ist großer Fan von von Detektiv Conan von der Trickserie und den Filmen und auch den Mangas und wir haben als wir auf Reisen waren hat sie eine bestimmte Ausgabe ich glaube die war relativ zufällig ausgewählt aber in verschiedenen Sprachen mitgenommen also da hat sie dann so eben in Japan sich die Ausgabe mitgenommen und die gleiche Ausgabe dann nochmal ich glaube in Taiwan die taiwanesische Ausgabe mitgenommen und wir haben uns dann auch die deutsche Ausgabe davon besorgt so und das heißt sie hatte das japanische Original und die deutsche Ausgabe und konnte die direkt nebeneinander legen und da dann mal vergleichen und da dann eben auch sehen ja okay es sind tatsächlich in dem Fall auch die exakt die gleichen Sprechblasen eben mit übernommen genau aus dem ja produktionstechnischen Grund wahrscheinlich den Andi gerade angesprochen hat dass eben die westlichen Verlage das nicht in getrennten Ebenen bekommen sondern die Sprechblasen einfach fest im Bild sind und man da jetzt auch nichts dran verändern kann aber ja der Lesefluss ist dadurch wie gesagt für mich auf jeden Fall gestört und auch das was Andi angesprochen hat mit unterschiedlicher Platz für unterschiedliche ja Länge der Sprache oder Länge des Ausdrucks führt dann auch dazu dass hin und wieder auch glaube ich die die Fontgrößen dann mal verändert werden was halt dann auch nicht elegant aussieht wenn in manchen Sprechblasen die Schrift deutlich kleiner ist als in in anderen ohne dass es ein bestimmter Effekt sein soll manchmal ist das ja als Effekt eingesetzt dass es zum Beispiel ein Flüstern darstellt oder so ähm ja ich verstehe dass das einfach ein ein produktionstechnisches Problem ist das sich nicht leicht lösen lässt also zumindest nicht mit mit wenig mehr Aufwand oder eben auch mit mit Willen der Originalverlage überhaupt die für die bedeutet es ja auch mehr Aufwand ähm aber ja ist ist halt so ein so ein Ding dann dabei ja aber man muss sich dann überlegen was bedeutet das denn im Umkehrschluss wenn da jetzt nicht alles reinpasst dann wird dann auch gekürzt das verwässert ja das Produkt auch irgendwie auf eine Art oder dann muss man Kompromisse eingehen was die Story auch so ein bisschen mildert ich kann es jetzt natürlich nicht direkt übersetzen also das da bin ich das Japanische nicht mächtig ich glaube aber dass das gar nicht so sehr gemacht wird dass da jetzt wirklich inhaltlich was gekürzt wird sondern eher so dieses wir machen den Text kleiner damit er eben die Sprechblase passt und haben dann aber halt auch extrem viel Weiß außenrum äh und das das ja wirkt für mein Auge halt ein bisschen ja komisch und und auch durchaus ein Stück weit störend aber jetzt mal inhaltlich von der Story so gut ich sie denn wiedergeben konnte Patrick findest du das Thema interessant so diese Cybercrime-Rächer-Geschichte klar also ist ja auch mit dem Science-Fiction-Genre verankert also Cyberpunk mag ich durch Blade Runner mag ich durch Ghost in the Shell oder Psychopath was halt auch super Anime-Empfehlungen sind von daher reinsehen würde ich zumindest mal ob ich dann da länger motiviert dran sitze ist dann die andere Sache ja nur drei Bände das macht's da auf jeden Fall ganz gut Andi wie schaut's bei dir aus? ja auf jeden Fall ich hab mir ja hier auch zwei Fragen hab ich noch zu eben Prophecy also zum einen natürlich find ich's auch geil wenn das einfach abgeschlossene überschaubare Handlungsstränge sind das hatte ich ja bei der letzten Besprechung zu ähm diesen Manga den ich vorgestellt hatte den ich übrigens abgebrochen hab ich hab dir da nicht weiterlesen eben weil es mir glaube ich alles zu hohl ist Inuyashiki Inuyashiki genau ich glaub ich werd's auch so machen wie du Patrick und er auf die Netflix-Serie nochmal ausweichen wenn ich nochmal ein bisschen Zeit finde aber zu Prophecy also ich find's wirklich auch inhaltlich sehr interessant ich hab mir hier mal ein paar Amazon-Bewertungen auch geschnappt und durchgelesen und da gibt's ein paar Formulierungen die letztlich so klingen als wären hier ganz viele aktuelle Themen drin also hier steht namentlich drin äh mal geht es um Minijobber Mobbing Machtmissbrauch Hacking Zensur im Internet Shitstorm und die Anonymität des Internets und das scheint mir doch wirklich wahnsinnig tagesaktuelle Themen zu sein das bei einem Comic der glaube ich aus 2015 ist zumindest der deutsche Release 14 sogar 14 ist die deutsche und ähm ich hab das ähm in den in den Comics selber natürlich auch nachschauen wollen wann immer die Original äh Ausgabe auch erschienen ist und da in den Comics selbst steht dann immer nur First Published in France ähm 2012 ähm weil die deutschen Bücher eben aus dem französischen übersetzt sind welche aus dem japanischen übersetzt sind ähm das heißt also hier steht jetzt im Comic selbst nichts zur japanischen Originalausgabe drin in Frankreich in 2012 dementsprechend also in Japan mindestens 2012 wenn nicht früher die Recherche im Internet ich hab jetzt nicht Tage damit verbracht dazu zu recherchieren die schnelle Recherche hat auch nur ergeben dass es keine deutsche Wikipedia-Seite und keine englische Wikipedia-Seite zu Tetsuya zu Tetsuya gibt sondern nur eine japanische eine französische und eine italienische drei Sprachen derer ich nicht mächtig bin ähm und ja wie gesagt da hab ich jetzt auch nicht die die extreme Deep-Dive-Recherche betrieben um rauszufinden wann wann Prophecy äh in Japan erschienen ist aber mindestens 2012 ja nicht früher genau und da wollte ich eigentlich von dir wissen ob das aufgesetzt ist weil ich manchmal gerade bei diesen Internetthemen meinetwegen auch in Serien und Filmen so immer das Gefühl hab ja ich muss mich du musst da immer an Hackers denken eins bis drei gibt's ja letztlich oder eigentlich zwei in der dritte ist kein richtig offizieller Hackers Film aber das wirkt manchmal so also es ist schon sehr in den jeweiligen Zeitgeist gepresst so das wirkt jetzt aber nur von der Themenwahl doch irgendwie sehr aktuell kommt das an beim Leser oder wirkt es aufgesetzt? also das aufgesetzt finde ich ein ganz gutes Wort ich finde äh in in diesen drei Comics also wir nehmen jetzt hier natürlich schon ein paar Themen vorweg die die quasi für für alle Comics oder Manga gelten die ich heute vorstelle ich finde da immer wieder mal was aufgesetzt also es gibt immer wieder Szenen und Momente in den Bänden wo ich das Gefühl habe naja das ist jetzt so so ein bisschen ja wie man neudeutsch sagt Infodump Exposition hier wird mir jetzt irgendwas erklärt in einem Stil der nicht besonders elegant ist sondern der mir schon nahezu als Prosa-Text ähm zwar in einem Dialog oder in einem Monolog äh präsentiert wird aber der nicht besonders ja elegantes Comic erzählen ist die Themen in Prophecy sind nicht das was ich aufgesetzt finde also die Themen so das was du jetzt gerade so erwähnt hattest ähm finde ich schon ähm absolut valide für den für den Comic und für die Handlung und auch interessant das Aufgesetzte ist dann eher wie gesagt sowas wie Dialoge und und Monologe die mir Informationen liefern sollen ähm die der Comic irgendwie nicht schafft mir auf auf elegantere Art und Weise ähm mitzuteilen ähm da hab ich dann eher so meine meine Schwierigkeiten mit das schließt so ein bisschen auch an meine Folgefrage eben weil ich wirklich interessiert bin das glaubt mir immer keiner aber ich bin wirklich interessiert daran mir neue Manga-Projekte vorzunehmen ist das was für Einsteiger oder ist das saukomplex und ich komm kaum hinterher weil ich gerade und das wird mir eben bewusst weil ich eben jetzt eben auch vermehrt so ein Manga in der Hand hatte ähm ich mir diesen kulturellen Darstellungen und vor allem der Darstellung von Gefühlen im Manga das ist eine ganz andere Art von Darstellung weil die sehr viel übertriebener oder ganz anders dargestellt werden die Gefühle als man das so kennt als ich das so kenne ist es einstiegs geeignet dieses äh Werk jetzt kommt natürlich wieder zum Tragen dass ich auch kein ausgewiesener Manga-Experte bin der tausende von Bänden oder auch nur hunderte von Bänden selbst gelesen hat äh ich hab nur auch nur eine eine sehr kleine Auswahl an Manga gelesen ich hatte jetzt nicht das Gefühl dass ich an diesem Band irgendwo scheitern würde dass ich irgendwas nicht verstehen würde ich hab jetzt natürlich ich war ein paar mal in Japan und hab mich durchaus mit dem Land beschäftigt und auch mit der Kultur beschäftigt ich bin wie gesagt auch hier natürlich jetzt kein studierter Experte oder so aber hab schon einen gewissen Einblick ähm das mag an der einen oder anderen Stelle wenn ich mich mit sowas beschäftige auch mal helfen bei Prophecy hatte ich jetzt nicht das Gefühl dass mir das jetzt irgendwie besonders äh einen Vorteil gegeben hätte dass ich schon mal dort war oder so ähm also ich glaube schon dass man den sehr gut lesen kann dass man da jetzt keine Schwierigkeiten hat an irgendwelchen kulturellen Unterschieden zu scheitern ähm also da sehe ich keine keine Schwierigkeiten für für Manga-Neulinge okay cool und wie gesagt auch meine meine Kritiken die ich hier jetzt so äh angebracht habe sollen jetzt auch nicht ähm irgendwie zu stark durchklingen das soll jetzt äh nicht heißen dass ich den Manga nicht empfehlen würde also ich finde den durchaus lesenswert und wie gesagt gerade zum Ende hin ähm hat er mich dann auch nochmal mehr ähm mitgenommen ähm und mir einen Eindruck gegeben der mir durchaus Lust darauf gemacht hat auch auch weiterzulesen und ja von daher wenn man ihn herbekommt also entweder gebraucht oder in in einer anderen Sprache also äh Amazon hat ihn mir ich glaube auf Englisch und Französisch angeboten und auf Deutsch wie gesagt momentan wohl nicht ähm äh vom Verlag lieferbar aber kann man sicherlich also kann ich mir gut vorstellen dass man den irgendwo auch gebraucht herkriegt dann oder vielleicht auch als EPUB das weiß ich nicht das kann auch sein äh ich hab geguckt Prophecy war saubillig den hab ich hier äh auf also ich will nicht ständig auf Amazon hinweisen aber man kriegt den unter anderem dort für Recherchezwecke ist es halt einfach eine gute Plattform ist eine gute Übersicht genau ich hab tatsächlich die Tage auch mal bei einem anderer bei einer anderen Plattform was bestellt nämlich die Folgebände von Barfuß durch Hiroshima da war ich auch mal auf dem von äh Breedsome hat es vorgestellt Booklocker glaube ich ähm egal auf jeden Fall gibt's das und es ist saugünstig gebraucht zu kriegen nur wie das halt so ist bei diesen Online-Plattformen da kommt dann mindestens noch mal genauso viel Versand oben drauf und so in der Summe ist es dann halt auch gar nicht so sehr viel günstiger als Neuware aus dem äh Buchladen ja okay dann glaube ich sonst wird ja gar kein Gewinn damit gemacht werden mhm ja es ist ja tatsächlich also wenn man gebraucht Bücher kauft wenn wir jetzt wie das Amazon-Beispiel hernehmen wo das Porto einfach generell drei Euro beträgt und dann kostet das Buch vielleicht einen Cent also die die Marge liegt ja dann im Porto also der der Händler verdient ja dann am am Porto und nicht am am eigentlichen Preis des Buches das ist so aber ist auch egal das ist ein anderes Thema machen wir weiter Patrick stell mal deinen ersten Comic vor okay ich war mal wieder im Blackhammer-Universum hab mir dann von Jeff Lemire und Tyler Crook Colonel Weird Cosmagog durchgelesen und ja Colonel Weird ist halt wie ist der Name sagt richtig schön durch das merkt man im Blackhammer immer wieder dass er geistig gar nicht da ist oder dass er immer wieder mal rumswitcht und teilweise andere Dimensionen besucht oder sonst was und hier in dem Buch ist die Handlung halt ziemlich schnell zusammengefasst da ist eine Zeitanomalie und Colonel Weird muss sich halt gedanklich so ein bisschen ordnen und quasi so den Schlüssel finden der diese Zeitanomalie auslöst und es läuft natürlich alles nicht chronologisch ab und er reist da durch verschiedene Zeitepochen bis er dann irgendwann so seinen emotionalen Ankerpunkt findet also storytechnisch jetzt nicht so komplex aber ich mag eben diese Zeitreise Flicks ganz gerne und es ist halt wirklich mit minimalen Mitteln schön dargestellt wie Colonel Weird da in der Zeit mit sich hadert teilweise auch mit traumatischen Erlebnissen zu kämpfen hat und er switcht so oft dass es teilweise mit einem Satz ist also der Antimonitor steht vor ihm und im nächsten Moment oder wie heißt der Thanos Verschnitt von dem Blackhammer Universum bin jetzt nicht sicher kann ich jetzt auch nicht mehr auswendig sagen auf jeden Fall das ist so der Big Bad der natürlich für einige Anomalien zuständig ist und ich mag es wie du die unterschiedlichen Zustände von Colonel Weird präsentiert bekommst wie er von am Anfang noch als Kind so ein bisschen aussieht wie so ein junger Tim von Tim und Struppi und dann mehr und mehr im Alter dann ein bisschen lädierter ein bisschen angeschlagener ein bisschen verwirrter ist der Antigott war es der Antigott der Antigott Antimonitor war ja DC glaube ich genau ja das ist jetzt wahrscheinlich so vom vom Inhalt nicht der komplexeste Band aber für mich so seit langem wieder einer der kurzweiligsten Bände eben weil man Colonel Weird gerne folgt und sieht wie er sich quasi in seinen Gedankenpalast wieder zurechtfinden muss hat mir wieder Spaß gemacht teilweise gibt es dann Überschneidungen auch in die anderen Blackhammer Bände wo er da plötzlich auftaucht und so habe ich dann nochmal nachgeschlagen war das jetzt tatsächlich so ja ja also man kriegt da so ein paar Lücken geschlossen wo er dann teilweise hinverschwunden ist und er ist durch seine Abgefucktheit und durch sein Gebrochenes irgendwie für mich so einer der interessanten Charaktere oder der durchlebten Charaktere des Blackhammer Universums also ich hatte da mal Spaß mit wir haben ja neulich schon festgestellt dass wir bei den Comic Cookies alle Blackhammer Fans sind wir haben ja nicht immer das gleiche Zeug gelesen und so die gleichen Prioritäten aber bei Blackhammer sind offensichtlich alle mit dabei ich habe den Band jetzt noch nicht gelesen der ist ja noch relativ neu und in einer Phase erschienen wo ich nicht in den Comicladen gehen konnte deswegen habe ich den jetzt noch nicht ich werde mir den auf jeden Fall noch besorgen ich freue mich auch sehr auf den und ich bin auch froh dass du da jetzt eine gute Besprechung zu dem auch gemacht hast weil ich habe die die Kernserie also ich habe natürlich irgendwann einfach mal irgendwann mal den ersten Band gelesen und dann also ich habe die ich habe die amerikanischen Paperbacks da habe ich irgendwann den ersten Band gelesen und dann habe ich irgendwann den zweiten Band besorgt und da habe ich dann den ersten Band nochmal gelesen und dann den zweiten gelesen und und hab ich glaube also den ersten Band dann insgesamt dreimal jetzt mittlerweile gelesen und den zweiten zweimal oder so also ich weiß nicht wahrscheinlich als der letzte Band erschien das habe ich einfach alle nochmal von vorne gelesen oder so und bei diesem bei diesem letzten Mal alles nochmal komplett von vorne lesen habe ich auch festgestellt dass Colonel Weird meine meine liebste Figur geworden war in dem Moment also mit dem hatte ich dann bei diesem in Anführungsstrichen dritten lesen die die meiste Freude an der Figur und von daher war ich da habe ich mich da schon sehr gefreut dass der auch eine eigene Miniserie kriegt und hatte natürlich auch gehofft dass die dann gut ist wäre natürlich schade wenn die dann doof ist und wir haben ja auch schon gesagt natürlich gibt es Unterschiede wie gut diese diese Miniserien diese Spin-off Miniserien sind manche sind okay und manche sind richtig toll und von daher bin ich da jetzt wirklich auch guter guter Vorfreude dass die dass die mir auch gefallen wird und wie ich aber neulich auch schon gesagt habe in einer anderen Folge bin ich auch froh dass diese Spin-off Geschichten jetzt erstmal ein Ende finden wir kriegen halt auf Deutsch wahrscheinlich trotzdem noch so ein paar Bände nachgeliefert die Amis haben natürlich ein bisschen was uns voraus ich glaube zu Barbalion also zu dem Marsianer vom Blackhammer Universum wird noch so eine Miniserie kommen wenn ich mich nicht täusche auf Deutsch aber ich freue mich auch dass man dann wieder ein bisschen fokussierter vorgehen wird und die Hauptstory weiter verfolgen wird da gab es ja jetzt deutlich mehr Spin-off Bände als die zur Hauptserie wo man fast schon böse sein könnte das wurde jetzt ein bisschen arg ausgeschlachtet ja wobei ich auch bei der Hauptserie auch ehrlich gesagt gar nicht sicher war ob die wirklich überhaupt weitergeführt wird oder nicht also in dem Moment wo ich den letzten Band hatte ich hatte einfach keine Ahnung was da die Pläne sind es wirkte auch durchaus abgeschlossen und ich weiß auch gar nicht wie die Hauptserie weitergeführt wird ob die an dem Punkt irgendwie wieder ansetzt oder ob die ganz anders ansetzt aber da lasse ich mich auch gerne überraschen Andi hast du irgendeine bestimmte Nähe oder Meinung zu Colonel Weird als Figur weil ich gerade gesagt habe dass das so meine Lieblingsfigur geworden ist in dem Universum das heißt Meinung also ich denke ich auf jeden Fall ein interessanter Charakter und ich bin froh dass wir mehr zu ihm kriegen denn andere Figuren haben mich tatsächlich weniger interessiert wir stellen hier regelmäßig die Blackhammer Sachen vor und wiederholen uns da vielleicht auch so ein bisschen in dem was wir da in Ausführung haben aber mein letztes Infostand war der dass mir eben gesagt hat okay er möchte hier sehr viel mehr die Hauptserie fokussieren und wir werden das lässt sich schon aus ersten Artworks erkennen wohl einen großen Zeitsprung bekommen ich will jetzt ich kann ja auch nicht sehr viel mehr sagen als das aber wir wissen ja dass der Blackhammer ja eine Tochter hat die jetzt eine größere Rolle spielt schon und die ja letztlich auch seinen Titel seinen Alter Ego übernimmt und um die wird es wohl gehen also wir haben jetzt hier einen Zeitsprung von so und so vielen Jahren und dann ist sie halt jetzt die neue Heldin und so und das passt auch ganz gut ich denke wir haben uns jetzt echt lang genug um die eigentliche Handlung mit diesem Antigott gedreht in verschiedensten Aspekten und jetzt ist auch gut also jetzt kann er gern auch dieses neue Generation Ding zum Beispiel was wir bei DC und Marvel ja auch regelmäßig haben dass quasi die Maske oder das Symbol weitergereicht wird an die nächste Generation das kann er jetzt gern auch hier für Blackhammer nochmal verwursten das würde mich sehr freuen könnte der Serie auch wieder neue Impulse hinzufügen und da bin ich da ganz bei dir ich will jetzt nicht komplett alle Charaktere verlieren aber ich will zumindest mal so ein bisschen Änderung im Status Quo der ja jetzt lang genug war haben es ist natürlich auch dadurch dass die es ging ja um diese Figuren auf dieser Farm da ist ja auch der der Blick schon relativ eingeschränkt und von daher und deswegen ist das glaube ich auch die einzige Superheldenreihe die ich lese weil da eben ein Autor dahinter steckt der auch einen konzentrierten Blick hat und eine gewisse Geschichte verfolgt aber da das dann eben auch nicht ausufern lässt sondern dann einen gewissen Teil der Geschichte dann auch wirklich zu Ende erzählt in fünf Bänden sechs Bänden was auch immer die diese bisherige Hauptserie jetzt eben macht und dann auch irgendwie wieder wieder neu ansetzt aber ich kann mir schon vorstellen dass da auch gewisse Bezüge und Verweise dann wieder dabei sind aber gut das werden wir in Zukunft dann rausfinden bis jetzt hat uns Black Hammer jedenfalls noch nicht verloren wir sind immer noch gespannt auf Neues Andi magst du weitermachen mit deinem zweiten Band sehr gern jetzt geht es mir um einen Comic Klassiker den ich unbedingt gelesen haben wollte und ich mache ja auch keinen Hehl draus ich lese zwar echt eine Menge aber da ist dann halt eben auch mal irgendwie eine Reihe von einem Indie Verlag dabei den kein Mensch kennt und deswegen sind viele Klassiker bei mir im Laufe der letzten Jahre ziemlich auf der Strecke geblieben ich werde jetzt hier keine Namen droppen dann mache ich mich glaube ich unbeliebt was ich alles noch nicht gelesen habe und vor allem auch unglaubwürdig aber ich habe jetzt hier angefangen was zu lesen wo ich wusste okay es gibt zu diesem Manga unter anderem schon auch diverse Animes ich weiß nicht sogar vielleicht sogar eine Realverfilmung und es ist es ist vielleicht sogar auch eines von diesen Werken die man unbedingt gelesen haben muss und deswegen auch in einer Reihe zu sehen ist mit The Dark Knight mit Maus zum Beispiel auch also einer dieser Comics der wenn er schon nicht im Regal steht aber zumindest mal in der Bibliothek eures Vertrauens ausgeliehen werden sollte und so viel kann ich sagen ich habe hier bereits Band 4 der Reihe von Barfuß durch Hiroshima auch hier liegen ich habe die alle bestellt die es auf Deutsch gibt und das ist das ausrangierte Exemplar der Bibliothek Wien also insofern die gibt es auch in Bibliotheken sei es drum ich habe jetzt hier gelesen den ersten Band von Barfuß durch Hiroshima Kinder des Krieges von Keiji Nakazawa für mich ein eine Erstlesung und ich wusste halt okay den muss man gelesen haben den habe ich glaube ich damals über das Panini Forum bekommen ich denke es war sogar im Rahmen von einer Wichtelaktion ich bin mir nicht ganz sicher aber ja viele werden sich ans Panini Forum erinnern etwas was dem Internet und der deutschen Comicszene schon irgendwie auch fehlt da gab es eine nette Community ich habe viele Kontakte noch zu den Leuten von damals und ich denke im Rahmen von einer Weihnachtswichtelaktion hatte ich das Ding plötzlich hier in so einem Paket hat mich damals sehr gefreut aber er lag scheinbar auch schon so ein bisschen länger jetzt schon rum und worum geht es eigentlich Barfuß durch Hiroshima also ganz klar hier geht es letztlich um das Leben in Hiroshima vor und nach vor allem dem Abwurf der Atombombe im Zweiten Weltkrieg das Ganze aus autobiografischer Sicht erzählt von Keiji Nakazawa der hier allerdings eine Figur benutzt namens Gen oder Jen und der ist eines von mehreren Kindern dieser Familie um die es sich hier letztlich dreht und das musste man gelesen haben das Ganze beginnt erst einmal mit einem sehr ausführlichen und auch eindringlichen Vorwort von Art Spiegelman dem wir ja die Maus beziehungsweise doch die Maus in der kompletten Maus zu verdanken haben faszinierend und dann fange ich so an zu lesen das ganze Ding ist bei Carlson erschienen kostet zwölf Euro als Softcover ist schon ein Manga ist aber in der westlichen Lesereihenfolge aufgezogen und schwarz-weiß Manga-eskes Artwork und dann geht's los man weiß echt genau was man sich einlässt denn ich glaube vermutlich weiß ich gar nicht ich könnte mir vorstellen dass der zweite auch noch drin ist Patrick du weißt das vielleicht in diesem Anime die es gibt da müssen auch noch Teile des zweiten Buchs glaube ich ja der erste endet nämlich mit dem Abwurf und den ersten Stunden nach dem Abwurf der Bombe das ganze ist ja gesetzt im zweiten Weltkrieg Japan ist im Krieg mit hier insbesondere und im speziellen den Amis und den Briten die immer auch als die Schweinehunde hier bezeichnet werden und so und wir kriegen erzählt wie Japan so drauf war die japanische Gesellschaft wie sie so auf den Krieg getrimmt wurde und was es das in Alltagssituationen ja so ausmacht und das ganze eben anhand von dieser Familie der wir hier folgen und eben insbesondere dem Gen nennen wir ihn mal Gen Gen klingt besser da gibt's noch seinen Bruder Shinji und viele weitere ich kann mit den Namen hier das waren so viele da werde ich jetzt nicht komme ich ein bisschen durcheinander und das ist sehr sehr eindringlich was sollte man vielleicht noch wissen bevor ich hier auf einzelne Situationen Ich würde sagen je in dem Manga ist es auch wichtig dass man über die japanische Kultur weiß dass die Ehre da ein ganz wichtiger Teil ist da wird ja auch in Bezug auf den Vater dann sehr eingedroschen weil der Vater ist Kriegsdienstverweigerer und die Familie ist dann geächtet und sie haben es dann wirklich schwer auch sich Essen zu besorgen also gerade dieses Ehrenthema zieht sich durch bevor die Bombe dann abgeworfen wird also die Familie ist schon vor dem Atombombenabwurf richtig am Arsch Ja du hast ja ganz aktuell auch nochmal das Buch geholt das sind glaube ich die ersten beiden Bücher ich habe mir den nicht aktuell geholt ich hatte den auch irgendwann durchs Panini Forum da wurde dann einer der vielen Links gepostet und da habe ich ein Mängelexemplar gekauft für so drei, vier Euro und ja ich habe den dann gestern auch nochmal aufgefrischt deswegen kann ich das noch so präsent sagen ich finde auch das ist ein wichtiger Manga gerade damals wurde damit richtig gut Geschichte geschrieben und Geschichte erklärt nur mittlerweile haben wir sind wir auch ein bisschen verwöhnt wir haben jetzt deutlich besseres an Berichterstattung ich sage jetzt nur Tschernobyl hat sich da bei mir ein bisschen mehr ins Gedächtnis eingebrannt auch mit den Auswirkungen der Atombombe und so das war so eine Serie die habe ich einmal gesehen und dann dachte ich ja das ist so viel gutmäßig das brauche ich nur einmal sehen ich bin danach erstmal bedient bei Barfuß durch Hiroshima ist es dann nicht ganz so gut gealtert da hast du sehr viel Slapstick Humor bevor es dann losgeht und dieser Slapstick Humor verwässert so ein bisschen die Dramatik meiner Meinung nach ja gut dass du es sagst wir hatten uns ja vorab glaube ich sogar kurz schon über den Band unterhalten oder ich hatte was in unserer Telegram Gruppe gepostet wo wir uns dann drüber ausgetauscht haben und man muss echt so ein paar Dinge sagen also ich habe den Band ja das sind ja auch nicht wenige Seiten das Ding hat hier wenn ich das so durchblätte 290 paar 90 290 Seiten das ist schon ein relativ dickes Ding für soweit ich das beurteilen kann ich habe auch ein paar Tage gebraucht das zu lesen aber man muss sich halt schon darauf einlassen es gibt immer mehrere Situationen die sind ganz irgendwie unangenehm und komisch ständig wirklich ständig werden Menschen geprügelt insbesondere die Kinder bekommen richtig oft eins auf die Mütze haben Beulen und das aber dann auch so übertrieben krass dargestellt und darauf geht Art Zwiegelman auch im Vorwort ein dass man das hier nicht einfach nur als Gewalt an Kindern sehen darf was für uns westliche Lesenden ja einfach schwierig ist und irgendwie auch unangenehm das so zu sehen es ist im Rahmen der Darstellung und meinetwegen auch im Rahmen des zeitlichen Kontextes und meinetwegen auch im Rahmen der japanischen Kultur oder Gesellschaft eher als eine Art Liebeszuneigung zu interpretieren wo man halt sein Kind irgendwie ja liebevoll zurechtweisen möchte und da ist scheinbar Prügel irgendwie eine Art Form die da funktioniert und vielleicht war das auch im zweiten Weltkrieg damals eben so ich meine Prügel waren ja auch in dem Zeitraum bei uns in Deutschland auch nicht unüblich also müssen wir uns ja auch mal im Klaren sein wer halt scheiße geworfen hat bekam eine gescheuert es wurde auch bei Parker damals also im letzten Cast so ein bisschen thematisiert dass da Gewaltdarstellungen waren die heute auch nicht mehr so gelten würden oder die jetzt einen unangenehmen Beigeschmack haben so ist es auch hier irgendwie dass das durch die Cartoonigkeit also das sind schon Bad Spencer und Terence Hill Schellen die hier regelmäßig verteilt werden gerade auch als Erziehungsmethode war das ja einfach doch lange Zeit als normal anerkannt also das muss man natürlich dann aus der heutigen Sicht dann da in der Rückschau nochmal ganz anders bedenken ich mache jetzt auch nochmal einen ganz kleinen Schlenkerer ich habe ich lass uns das nicht vertiefen weil es ist schon wieder Lovecraft da wollen wir jetzt nicht tief reingehen aber ich gucke aktuell Lovecraft Country die Serie HBO hat dazu auch einen Podcast veröffentlicht zu jeder Folge Lovecraft Country gibt es eine Folge Podcast wo eine der Autorinnen der Serie zusammen mit einer Podcasterin Autorin Journalistin glaube ich die Folge immer jeweils nachbesprechen sind zwei schwarze Frauen und dann geht es auch um um ja Gewalt und Prügel in der Serie und eben auch Prügel als Erziehungsmethode und das sind zwei Frauen im Jahre 2020 die ich weiß nicht genau wie alt die sind ich glaube ungefähr mein Alter oder wahrscheinlich sogar jünger irgendwas in den 30ern 40 vielleicht und dann sagt die eine tatsächlich bis vor kurzer Zeit wenn du mich gefragt hättest wenn es irgendwie drum geht irgendwie im Kind eine Schelle geben dann hätte ich und von wegen hier Kindesmisshandlung hätte ich gesagt nee das ist Disziplin this is black parenting und da habe ich erst mal mit den Ohren geschlackert wie sie das gesagt hat und das war dann zu dem Zeitpunkt als sie das in dem Podcast hatte glaube ich nicht mehr ihre Meinung aber sie sagt eben bis vor kurzem hätte ich noch gesagt that's Discipline that's black parenting also so ich glaube das ist einfach auch trotzdem noch in und ich glaube auch in Deutschland ist das noch in genug Familien normal in Anführungsstrichen und oder oder wird vermisst vielleicht auch in manchen Generationen dass eben die die Kinder und die Jugendlichen nicht mehr einfach mal drümmerschellen kriegen wenn sie was gemacht haben sondern jetzt auch noch verhättelt werden aber egal lass Andi weitersprechen ich fand da eher schon dass Hertha wie die Mutter dann mit dem Messer in der Öffentlichkeit auf eine Person losgegangen ist die der Familie Schaden zugefügt hat ja also das ist halt einfach so dass wir das erstmal hinnehmen müssen dass teilweise Situationen ich will nicht sagen gestellt würden werden aber auch besonders erklärt werden irgendwie und das wirkt einfach auch das muss man ja sagen das ist ja auch nicht mehr tagesaktuell das Ding hat er wohl wann hat er das gezeichnet das kriegen wir bestimmt noch aus das ist so 1982 1982 rum glaube ich oder nee 1972 glaube ich sogar ja würde passen das erschien ja nämlich ursprünglich auch in der Shonen Jump Shukan Shonen Jump ein ganz bekanntes das meistverkaufte Manga Magazin Japans da erschien das so in Episoden und gibt da übrigens auch jede Menge Material der Andi hat mich da netterweise drauf hingewiesen wir haben hier hier vier Bänder auf Deutsch aber eigentlich gibt es sogar zehn und nur vier davon haben es hier auch übersetzt nach Deutschland geschafft was irgendwie schockierend ist dafür dass das so ein Meisterwerk ist das wirklich weltweit Aufmerksamkeit bekommen hat gut sei es drum aber es ist eben auch wirklich schon ein paar Jahre her dass er es gezeichnet und er auch geschrieben hat und deswegen wirkt es manchmal von der Erzählung her ein bisschen unrund ja wie Comics der damaligen Zeit auf uns heute so wirken und da denkt man sich okay liest du trotzdem weiter weil du weißt ja ungefähr worauf es hinausläuft und es soll ja auch ein Meisterwerk sein und ich muss auch sagen nachdem ich dann komplett gelesen hatte ich habe da gerne und wohlwollend über diese Momente drüber gelesen so besonders erklärende Momente oder so eben aufs Auge gedrückte Botschaften und Moralvorstellungen das akzeptiere ich dann wirklich auch inzwischen irgendwie auch sehr gern weil es so sehr viel mehr zu bieten hat und ich dann letztlich doch sagen muss ich habe schon echt was dabei gelernt auch also ich habe jetzt eine sehr viel bessere Vorstellung vor allem Detail detailliertere Vorstellung davon wie die japanische Gesellschaft damals so drauf war das war eine Militärdiktatur die Erfolg genötigt hat bis zum letzten Atemzug gegen den Feind zu kämpfen sich im Zweifel selbst umzubringen um eben weil da eben auch die Angst geschürt worden ist dass sonst der amerikanische Teufel und die britischen Hunde ich glaube so wird es formuliert dass die kommen und mit dir Dinge anstellen die sind schlimmer als der Tod und dann bringst du lieber dich und dein Baby selbst noch mit um bevor du dich in deren Hand begibst und das sind so Dinge die werden hier gezeigt wie ist der militärische Drill wie leiden die Leute vor allem auch und du Petzig hast es schon gemeint wie hungern die Leute das ist ja ganz enorm was hier an Hunger im Volk stattfand wie sieht Diskriminierung aus wie ist zum Beispiel auch die Rolle der Koreaner in Japan gewesen damals die ja als so eine Art Zwangsarbeiter nach Japan gebracht wurden sind das sind alles so Dinge die wusste ich gar nicht wie sieht Kindererziehung aus unter was für Bedingungen müssen Leute einfach hausen und das sind also ganz viele Dinge die mir da präsentiert wurden sind auf 290 Seiten und das war insgesamt eine sehr lehrreiche interessante Erfahrung die ich dann trotz Startführigkeiten so gut fand dass ich mir inzwischen eben alle 4 Bände die bei Carlsen erschienen sind bestellt habe ich bin sehr gespannt was da noch an Lektüre auf mich zukommt und würde mich freuen wenn wir hier irgendwann auch vielleicht in der dickeren Super Sonder Mega Special Deluxe Ausgabe von Carlsen doch noch ein paar mehr Ausgaben bekommen also die 6 die es wohl noch gibt denke einfach dass das ist ein tolles Stück Zeitgeschichte das sich wirklich zu Recht neben die Maus stellen lässt weil es ein weiteres eine weitere Gräueltat der Menschheit aus dem letzten Jahrhundert zeigt und ja bin wirklich ich weiß nicht ob man sagen sollte hin und weg aber wie gesagt ist ein schönes Ding also wirklich diese Sterbeszene es gibt so viele Szenen wo Menschen sterben im Feuer durch die Atomexplosionen generell durch Bomben ich meine das ist ein Land da kommen ständig die Sirenen weil gerade wieder die Flieger angeflogen kommen und alle müssen in den Bunker gehen und so und dann wird teilweise auch gerade beim Abwurf der Atombombe relativ detailliert erklärt warum überhaupt so viele Leute gestorben sind warum waren nicht so viele Leute im Bunker drin eben weil kurz vorher schon Alarm war alle waren im Bunker dann waren die Flugzeuge weg man hat den Alarm quasi aufgelöst und dann flog da nur noch dieser eine B-52 über die Stadt und das war halt das Problem alle kamen raus alle denken okay ist wieder gut und es war halt eben nicht gut und das ist nur eines von vielen vielen Infos es ist sehr herzerwärmend teilweise obwohl es ganz eigene Darstellung von wirklich Familienliebe auch hat und wirklich ich bin sehr sehr angetan das ist aber wirklich was für ein erwachsendes Publikum also ich würde schon empfehlen mindestens ab 16 sollte man sein vielleicht weil es ist teilweise auch von es ist wirklich sehr explizit auch in den Darstellungen das ist nicht keine leichte Kost so das vielleicht so wirklich mal ringsherum ich habe jetzt nachgeschlagen der Band ist von 1975 ich habe hier von der Süddeutschen Zeitungsbibliothek diesen Band gehabt da sind also die ersten beiden Bände enthalten also auch dieser Atombombenabwurf ich kann dir da in allen Belangen zustimmen ich muss nur sagen man muss es dann auch wirklich als Produkt seiner Zeit sehen und dann auch erstmal über ein paar Sachen hinweg sehen und vielleicht so einen leicht heubrigen Staat verzeihen dann hat man da wirklich ein Stück Comic beziehungsweise Manga Geschichte dass man sich als Manga Fan zumindest mal einmal durchgelesen haben sollte ganz genau so sieht es aus das ist wirklich das ist das ist Pflichtprogramm es tut mir leid ich kann ja nur zustimmen und und allen die danach sagen ja ist interessant ich empfehle sogar vielleicht um in die Materie einzusteigen tatsächlich die Serie Tschernobyl die das dann aus einer anderen Perspektive zeigt wie es überhaupt dazu kommen konnte zu diesen Grolltaten da sieht man das nochmal aus einer anderen Perspektive und sieht das vielleicht nochmal ein bisschen vierschichtiger dieses Thema oder in seiner in einer etwas größeren Komplexität gut ist natürlich eine ganz andere Geschichte da geht es ja nicht um eine Atombombe sondern um Atomreaktorunfall klar die Auswirkungen von Atomkatastrophe kann man kann man da dann vergleichen aber natürlich so dieses Krieg und Bombe versus Atomkraftwerk ist natürlich schon was anderes ich habe Barfußdurchführung schon mal ehrlich gesagt selber auch noch nicht gelesen genau aus dem Grund dass immer wenn ich mich da beschäftigt habe immer an den Punkt gestoßen bin wo ich festgestellt habe es sind in Deutschland nur vier Bände übersetzt von einer zehnbändigen Reihe und in den Momenten war ich dann immer irgendwie zu versnobbt wahrscheinlich um zu sagen ich lese jetzt halt einfach mal das was da ist weil ich dann immer das Gefühl hatte dann kriege ich ja überhaupt nicht den richtigen Eindruck davon wenn ich nicht als ich und was ich immer nie so richtig wusste wo ich bis heute auch nicht ganz klar bin sind diese vier Bände eins zu eins vier Bände aus der zehnteiligen Reihe oder sind diese vier Bände quasi ein ein Best-of von von mehreren Bänden oder vielleicht sogar allen Bänden das weiß ich nicht ich habe da jetzt nicht das Gefühl dass da irgendwas in den Handlungen gekürzt wurde deswegen würde ich fast vermuten das waren nur die ersten vier Bände und das wäre dann natürlich die nächste Frage wenn es vier Bände sind sind es die ersten vier Bände oder sind es irgendwie vier Bände aus einem Mittelteil das sind alles Fragen die ich nicht wo ich keine Antworten zu weiß auch da kann ich nur mit halbwissen Punkten wenn man sich allerdings durchguckt was bei Carlson auf der Internetseite steht wo alle vier Bände kurz dargestellt werden wirkt das schon ziemlich chronologisch ja also Teil 1 ist eben Vorgeschichte Abwurf und der eigentliche Abwurf Teil 2 ist dann das lässt sich auch an den Figuren absehen ich will so viel verraten am Ende des ersten Bands wird ein Kind geboren und dieses Kind wächst in den ersten vier Teilen mit das sieht man schon an der Beschreibung und Teil 2 ist dann der Tag nach dem Abwurf Teil 3 ist dann der Teil okay wie geht es weiter wenn man sich mit der Situation befasst hat wenn man dann in die Vororte geht um dort zu überleben und nicht in der Stadt wie wird man da angenommen und dann eben Teil 4 wie entwickelt sich das weiter also ich habe den Eindruck als wäre es wirklich rein chronologisch kein Best-of nichts geschnitten sondern eben nur vier von zehn Teilen und vermutlich die ersten das macht das jetzt auch nicht besser aber ich finde diese vier Bände können auch sehr gut für sich stehen und trotzdem bin ich mit diesem Wissen interessiert was wäre da jetzt noch gekommen ich war vor zwei Jahren in Hiroshima und dort gibt es ja dann auch einen Park und ein Zentrum ein Museum zum Atombombenabwurf da gibt es diesen berühmten A-Bomb-Dome ein altes so ein Kuppelgebäude das ja stehen gelassen wurde in dem in dem Zustand wie es nach dem Bombenabwurf war so als Mahnmal das ist super interessant super bedrückend also gerade die die Ausstellung dieses Museum wo dann Kleidungsstücke Spielzeuge Fahrräder sonst irgendwas halt ausgestellt sind so wie sie nach dem Abwurf dann da waren Geschichten Zeitzeugengeschichten erzählt werden also es richtig harter Tobak also es war war mit meiner Frau natürlich dort war für uns beide kein leichter Tag diese Geschichten zu lesen und diese Ausstellungen anzuschauen und auch dort gab es natürlich dann irgendwie einen Museumsshop und dort gab es dann auch die Manga die DVDs zur Verfilmung und so das war dort alles dann auch zu haben also ich glaube das ist in Japan ja schon ein eine bekannte ein bekannter Manga zu dem Thema auch also ein Klassiker Das würde mich mal interessieren ich bin ja jetzt auch Laie in diesem ganzen Thema aber du warst in Hiroshima erst mal ehrlich ich habe gedacht Strahlung ist so ein paar hundert Jahre wie ist denn das also stirbt man wenn man da mal zu lange Urlaub macht es wohnen ja auch schon wieder Menschen in Fukushima also zumindest in in Orten wo die Strahlung einen gewissen Wert nicht überschreitet also Hiroshima ist eine ganz normale lebendige Stadt die haben ein Baseballteam die haben alles also du würdest der Stadt so sonst nicht anmerken dass sie irgendwie anders ist als andere japanische Städte außer dass man es einfach weiß und dass es eben dieses Zentrum und diesen Park dort gibt aber ansonsten funktioniert die Stadt wie jede andere Stadt auch ich kann dir jetzt ich bin da jetzt nicht Wissenschaftler genug um dir zu sagen wie das da mit der mit der Strahlung seit seitdem sich entwickelt hat aber Hiroshima ist eine funktionierende große Stadt interessant danke okay wollen wir weitermachen zum nächsten Thema übergehen alles klar dann bleiben wir bei Manga und ich greife zu Manhole Band 1 auch hier wieder Band 1 von 3 in Deutschland erschienen auch bei Carlsen Manga 2012 also zwei Jahre vor Prophecy und in diesem Band steht sogar auch drin wann die japanische Ausgabe erschienen ist die ist nämlich 2005 erschienen Manhole wo Prophecy ein bisschen naja Sci-Fi wäre fast zu viel des Guten um es da einzuordnen aber so Cyber-Krimi geht Manhole etwas mehr in die in die Horror-Ecke es geht darum Menschen werden von einem Parasiten befallen einem mysteriösen da bilden sich dann so so Würmer im Körper die Geschichte geht damit los ein nackter Mann läuft durch die Straßen ist offensichtlich in keinem guten Zustand ist blutverschmiert stößt mit einem jungen Mann zusammen und spuckt den so mit mit Blut voll und bricht tot zusammen das Ganze zieht natürlich dann die Polizei auf den Plan also auch hier ähnlich wie bei Prophecy es geht um ein ein Ermittler-Team oder ein Ermittler-Duo die dann versuchen diesem Fall nachzugehen was hat es mit diesem Mann auf sich warum war der da nackt und derangiert unterwegs warum ist er da tot zusammengebrochen der junge Mann mit dem er zusammengestoßen ist wird dazu dann natürlich auch vorgeladen und interviewt man findet eben raus dass in der Leiche dieses zusammengebrochenen Mannes irgendwie dieser Parasit diese Würmer zu finden sind und ja irgendwann nach einer Weile stellt sich das Ganze dann eben auch bei diesem jungen Mann ein der da ja mit mit Blut bespuckt wurde und so entwickelt sich ein bisschen das das Mysterium um diesen Parasiten wie der sich verbreitet wie der von einer Person zu anderen Personen gelangen kann also wie die Ansteckung funktioniert die Polizei ermittelt in diesem Fall immer weiter und kommt dann auch auf den Spuren hinterher also es stellt sich heraus dieser Mann der da eben am Anfang nackt durch die Straßen läuft wurde von seinen Eltern in ein in ein Institut gegeben dieser Mann war spielsüchtig und sehr aggressiv seiner Mutter gegenüber hat Zigaretten auf ihr ausgedrückt und dann haben sie irgendwie gehört ja er könnte irgendwie so in eine Behandlung kommen und da könnte man ihm helfen und dann war er erstmal weg und dann auftauchen tut er dann eben am Anfang dieses Comics wieder kurz bevor er stirbt das ist so das was die Polizei dann so nach und nach ermittelt und auch in diesem Band ähnlich wie bei Prophecy ist es so dass man dann gegen Ende so im letzten grob Viertel vielleicht des Bandes in den letzten paar Kapiteln eine gewisse Erklärung bekommt zu diesem Parasiten was es damit auf sich hat und wo der herkommt und auch wer da dahinter steckt und was derjenige Mensch oder diejenigen Menschen damit vielleicht auch bezwecken mit diesen Parasiten ich bin jetzt mal so frei und Spoiler hier ein bisschen zu diesem Aspekt des Comics zum einen ist das jetzt quasi die Vorwarnung dafür für Zuhörende die das nicht wissen wollen zum anderen bin ich jetzt der Meinung es ist nur der erste Band und ich habe die anderen Bände auch nicht gelesen also ich kann nichts dazu spoilern wie das Ganze dann ausgeht aber ich möchte eben auch so für auch damit wir es für Vergleichszwecke haben zu Prophecy und zu Themen die Tetsuya Tetsui vielleicht einfach öfter in seinem Werk beschäftigen also es stellt sich am Ende des Bandes heraus also die Ermittler kommen dann irgendwann dahinter dass irgendwie ein Fotograf irgendwie in diesem ganzen Fall irgendwie mitverstrickt ist und am Ende treffen wir dann eben auch diesen Fotografen der in Botswana einen ja eine Gruppe von Männern aufgefunden hat die nicht miteinander verwandt waren keine eigentliche Beziehung miteinander so haben aber die miteinander leben auch von ihren Familien getrennt und es gibt auch keine Frauen keine Kinder es sind nur diese Männer und die arbeiten verrichten und die ein sehr ruhiges Gemüt ausstrahlen und die sind alle von diesem Parasiten befallen und dieser Parasit bewirkt nämlich wenn die menschlichen Begierden in einer Person Überhand nehmen dann stößt der Körper bestimmte Stoffe aus von denen sich dann dieser Parasit auch ernährt und vermehrt und wenn das zu viel wird dann stirbt der Mensch eben daran und das Ziel ist also quasi dass die menschlichen Begierden nicht Überhand nehmen dass der Mensch also eine gewisse Ruhe bewahrt und eben auch keine sexuellen Begierden oder Verbrechen oder irgendwie sowas begehen will also dass eine Koexistenz mit diesen Parasiten nur funktioniert wenn der Mensch sich selbst im Zaum hält was zu einer besseren Gesellschaft führen soll das ist die Idee die dieser Mann dabei also hat dadurch dass er diesen Parasiten verbreitet er will also das das Übel quasi in der Gesellschaft ausrotten dadurch und er zieht dafür als Beispiel ran und hier kommen wir wieder an einen Punkt der einerseits sehr interessant ist andererseits auch so ein bisschen Infodump wie ich es bei Prophecy auch schon gesagt habe also hier kommt wieder ein relativ langer Monolog er vergleicht es dann mit der Geschichte der Lobotomie also Lobotomie das Herausschneiden bestimmter Gehirnteile um schlechte Wesenszüge am Menschen zu eliminieren eine Methode die zu einem gewissen Zeitpunkt in der Geschichte als legitime medizinische Methode anerkannt war der Erfinder der Lobotomie anscheinend dafür auch den Nobelpreis bekommen hat das ist zumindest was der Manga sagt ich gehe davon aus dass es wahr ist ich habe es ehrlich gesagt nicht recherchiert aber normalerweise wenn so Namen und Zeiten und sowas genannt werden gehe ich davon aus dass das tatsächlich auch richtig ist und und dass dann die Gesellschaft irgendwann eben sich da umgekehrt hat und gesagt hat nee das ist nicht okay wenn wir Leuten irgendwie im Gehirn rumschnippeln damit sie ruhig gestellt sind aber dass das eigentlich ja mal funktioniert hat und eigentlich mal auch eine gute Methode war und er sich quasi so in dieser Position sieht und sagt ja und das mit den Parasiten ist ungefähr das gleiche ich mache das eben und ich mache das auch heimlich weil ich weiß viele Menschen würden sagen das darf man nicht machen aber eigentlich ist das eine gute Sache das zu machen und das ist so der der Moment ja das ist dann so am Ende das Manga wo man das also erklärt bekommt diese Geschichte also auch hier wieder ähnlich wie bei Prophecy wie ich erwähnt habe am Ende bekommt man eine gewisse Erklärung wer dahinter steckt was die Intention der Taten ist und der Hintergrund dazu und dann in den nächsten beiden Wänden wird es eben sicherlich noch weiter darum gehen wie die Ermittlungen ich vermute mal immer weiter zu einem Ziel führen um eben zu sehen wer sind hier die Hinterleute und was soll das Ganze auch hier also hier wie gesagt etwa mehr Horrorcomic also auch in der Darstellung der Bilder etwas gewalttätiger als es bei Prophecy der Fall ist es ist ein schwarz-weißer Manga aber Blut als solches zu erkennen und eben auch diese Parasiten die das das Auge befallen also irgendwie schalten die immer ein Auge aus also wer vom Parasiten befallen ist hat so ein blindes Auge aber auch und auch sonst so hier also der Parasit innerhalb dieses Bandes setzt sich ja fort von Menschen zu Menschen als wären Menschen werden angesteckt also es bleibt auch nicht bei diesem ersten Toten jemand anderes wird dann zum Beispiel von einem Auto überfahren das ist auch recht drastisch dargestellt da spritzt es schon ein bisschen durch die Gegend hier dieser Band ist also auch hinten empfohlen ab 16 Jahren in der deutschen Ausgabe das ist in anderen Ländern wahrscheinlich anders aber ja ich weise darauf hin auf diese Gewaltdarstellung und auch diese Empfehlung ab 16 Jahren weil das dann uns später noch interessieren wird wenn wir über Poison City reden aber dazu dann später mehr auch hier ich würde sagen also ich hatte ich hatte auch Spaß damit aber auch hier wieder so ein bisschen das was ich vorhin gesagt habe teilweise eben ein bisschen infodampig aber insgesamt trotzdem immer noch flüssig lesbar gute Zeichenstil ähnlich wie es bei Prophecy der Fall war für mich in Ordnung manchmal hat es mir besser gefallen manchmal ein bisschen weniger auch das das Sprechblasen Thema ist hier einfach genau das gleiche das müssen wir jetzt nicht wieder ausführen an sich würde ich auch sagen eine interessante Geschichte würde ich empfehlen drei Bände auch hier wieder aktuell nicht beim Verlag erhältlich aber sicherlich irgendwie zu beziehen und auch hier würde ich sagen Einsteiger tauglich man muss halt ein bisschen Geschichten mögen die einen gewissen Horroranteil zumindest haben und ansonsten eine Polizeiermittler Geschichte Patrick du bist einer von den Horrorfans hier auch im Podcast mit spricht dich das an ja klar ich habe auch hier so leichte Bedenken aber ich bin auch hier wieder angefixt dieses Parasiten Element ja ja da habe ich jetzt auch nicht wenig gesehen von da würde mich schon interessieren ich bin halt bei so einer Story dann entweder interessiert dass das gut aufgelöst wird oder dass da nicht zu viel Erklärbär am Schluss kommt das ist so das wo ich denke ja hoffentlich versauen die es dann nicht auf den letzten Meter das werde ich vielleicht irgendwann rausfinden wenn ich die anderen Bände dann noch lese und würde dann entsprechend nochmal nachberichten Andi ich bin mir immer gar nicht so sicher wenn wir über Horror reden ich glaube du bist nicht ganz so tief in dem Thema drin Manhole spricht dich das an aus mehreren Gründen würde ich da tatsächlich auch mal einen Versuch wagen ich habe mir jetzt hier wieder mal erlaubt Rezensionen auf diesem großen auf dieser großen Passantplattform mal zu checken und immerhin ein Viertel der Bewertung vergibt nur zwei von fünf Sternen weil die eine gewisse Oberflächlichkeit sehen aber die anderen 75% sind doch sehr angetan und loben gerade diesen gruseligen Aspekt mit diesen Parasiten das finden sie irgendwie so dermaßen abstoßend dass es halt geil finden und das ist sag ich mal eine Sache das würde ich mir schon geben ich finde auch diesen Aspekt mit der Lobotomie der halt irgendwie da auch Vergleiche dann da hergibt ganz cool ja ich denke einfach das ist so ein Ding da würde ich wie gesagt da würde ich in der Bibliothek wieder zugreifen oder halt wenn es für günstiges Geld irgendwo zu bekommen ist ich mag das düstere ja also das war ja auch meine Anfrage wenn ihr mir Mangas empfehlt bitte was düsteres muss es nicht Horror sein aber es kann doch gern dystopisch sein gern Sci-Fi sein und ja kriegen wir eine Erklärung wo diese Parasiten herkommen also soweit ich mich jetzt in diesem ersten Band erinnere eben zumindest dass dieser dieser Fotograf der jetzt in in Botswana gefunden hat als er da diesen in Anführungsstrichen Stamm von von Männern gefunden hat ähm ich glaube nicht dass wir zu diesem Zeitpunkt darüber hinaus erfahren haben wo wo der wo dieser Parasit dann herkommt oder ob der einfach dort in Botswana lebt kann ich mich jetzt nicht 100% dran erinnern ob das genauer definiert wird ähm wo diese Männer in in Botswana diesen Parasiten haben oder nicht würde ich jetzt nicht ähm beschwören können ich merke wir sind alle wieder mobile genug dass uns das direkt mal angefixt hat schon allein Lobotomie und Parasiten was auch immer das über uns aussagt also ich bei mir ist es genauso wie bei Patrick ich bin Horror Fan also wenn wenn irgendwo das Label Horror drauf ist werfe ich zumindest schon mal einen Blick hin also aber ich verstehe da auch Andi also ich hab mit ihm öfter drüber geredet was stört den bei Horror und bei vielen der aktuellen Horrorfilme ist es halt echt dieses nervige Jumpscare ausgereizt und da bin ich ganz bei Andi das nervt mich auch sehr von da da muss ein bisschen mehr passieren als so ein bisschen Buh ein gut gemachter Jumpscare ist eine hohe Kunst ich verstehe dass es übertrieben werden kann also ich bin jetzt auch nicht derjenige der der immer sagt Jumpscare Juhu aber andererseits ist ein gut gemachter Jumpscare auch also ich hab gestern in Vorbereitung auf eine Comedy Eerie International Folge mal wieder The Woman in Black angeschaut und da sind schon auch gute dezent gesetzte Jumpscares drin ich mein nix gegen Jumpscares ein Jumpscare muss schon ein Stück weit verdient sein und nicht einfach Kamera schwenkt Buh ja ja ich weiß schon was du meinst ist ein filmisches Thema weniger ein Comic Thema ja aber das kannst du auch im Comic so umsetzen da hab ich ja mit Jurek Malotke schon mal drüber geredet auch für die Cookies und da hat er gesagt du kannst Jumpscares sehr wohl auch in Comics umsetzen dass das dann auf der nächsten Seite auftauchen lässt ja aber ja was beim Comic dann halt viel was bei ja gerade beim was viele Leute immer sagen ich mach das eigentlich gar nicht damit wir mich immer so sehr abschweifen vom eigentlichen Comic Thema aber beim Film kommt natürlich dann einfach Ton sehr stark noch mit dazu was beim Jumpscare dann immer noch mit viele Leute sagen das ist so billig weil einfach nur Buh im Bild und plus wir machen schnell die Musik irgendwie schockhaft laut und schon hast du die Leute im Kinosaal hopsen aber wie gesagt Thema lieber nicht vertiefen weil ist eigentlich bei einem Comic bist du halt ein bisschen äh ja im Comic musst du halt kreativer sein da erarbeitest du dir das noch mehr durch die fehlende Musik und durch die fehlende Montage sagen wir es mal so okay ich glaube zum manhole außer Andi oder Patrick hat sich jetzt auch hier noch irgendwelche Fragen aufgegeben haben wir sonst glaube ich erstmal alles gesagt und wir können weitermachen mit Patricks nächsten Band okay ich habe hier noch mehr ich habe mir von Jodorowsky und Möbius also Alejandro Jodorowsky Möbius habe ich mir die Reihe der Inkal durchgelesen war auch so ein bisschen artverwandt mit unserer Chatgruppe irgendwann hatten wir so einen Call und da ist Leger Legende dazu gestoßen und er hat gesagt er sucht jetzt die Luxusausgabe von dem Inkal er hat die zweite nur gekauft und die erste hat er nicht gefunden ich war dann zwei Minuten im Internet habe es dann lustigerweise gefunden und dann habe ich mir aber selber die normalen Ausgaben gekauft habe angefangen zu lesen und ich fand das recht interessant also zu Jodorowsky muss man halt sagen er hat damals diesen extravaganten Dune Film umsetzen wollen und aus dieser Kooperation ist dann dieser Comic der Inkal entstanden weil er hat da wirklich alles an Künstlern versammelt auch HR Giga Alejandro Jodorowsky Pink Floyd und so und das war einfach so ein Projekt das war von vornherein zum Scheitern verurteilt weil bevor überhaupt nur eine Minute Film gedreht war hat er schon sehr viele Millionen verpulvert und deswegen hat man da rechtzeitig die Reißleine gezogen aber dieser nie gedrehte Film hat dann eine so große Welle im Science Fiction Genre ausgelöst dass man diesen Film einfach interessant findet also er hat dann HR Giga entdeckt der dann zu Alien abgewandert ist Blade Runner wurde dadurch inspiriert und aus diesem nie realisierten Dune Produkt äh hat er dann eben auch den Inkal gemacht also gewisse Story Elemente aus Dune wurden hier verarbeitet es geht hier um einen Ermittler der verschluckt aus Versehen ein heiliges Relikt und hinter diesem Relikt sind Sekten her ein Killer ist her und dieser Ermittler das ist so der typische runtergekommene Ermittler der von einer Katastrophe in die nächste stolpert und so mehr oder weniger auch in eine Verschwörung rein stolpert die mal wieder das Ende der Galaxis beschwören könnte und er wird irgendwann auch als so eine Art Messias angesehen also ein bisschen driftet das dann auch in der Spirituelle ab aber es ist halt man merkt dass da sehr sehr viele Science Fiction Einflüsse waren die wir heute auch kennen also gerade Blade Runner und so alles davon beeinflusst und nach diesem Comic hat sich Jean Giraud eben dann auch Möbius genannt weil er dann Blut geleckt hatte und sich dem Science Fiction Genre zugeordnet hat davor war er eine Zeit lang bei Lieutenant Blueberry einer Western Serie beschäftigt und mir hat es Spaß gemacht ich habe dann im Verlauf der Reihe gemerkt ey das habe ich ja schon als Kind gelesen also ich habe mich direkt heimisch gefühlt hatte mal Spaß ich hatte auch so ein bisschen Franco Belg bisschen war es so diese franco-belgische 80er Version von Transmetropoliten so in Anbetracht der Mobs und Kulturen die sich da gebildet haben und beim Bonus Material hast du dann immer wieder interessante Entstehungen Entstehungsgeschichten zu dem Comic und wie das eben mit dem Dune Film verankert war und da hast du da schon kranke Ideen abgefeuert bekommen also man hätte für Salvador Dali einen Stuhl angefertigt der hätte aus zwei Delfinen bestanden und er hätte dann in diesen Stuhl auch immer wieder gepinkelt also da war ein Loch und dann sagt Dali nee 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 ich kacke und pisse nicht in ein Loch da müssen zwei Löcher also war das ein Thron der aus zwei Löchern bestanden hat der aus Delfinen bestanden hat und man merkt anhand von diesen Ideen die auch hier in dem Comic teilweise verarbeitet werden das ist durchgeknallt und dadurch verzeige ich auch diese spirituellen Ebenen in die es dann teilweise abdriftet ich hatte mal einen Spaß mit Hororowski ist natürlich so ein sehr spiritueller Typ der sich mit Tarot beschäftigt und so und sehr abgefahrene Filme gemacht hat und immer noch macht ich habe nicht alles von ihm gesehen ich habe zwei gesehen auf jeden Fall wenn man redet und gleichzeitig nachdenkt El Topo habe ich auf jeden Fall gesehen und ich glaube noch Santa Sangre und diverse Dokus ich bin angeschaut es gibt ja diese Doku Hororowskis Dune auch die tatsächlich über die gescheiterte Produktion seiner Dune Verfilmung ist super interessante Dokumentation in dieser Doku wird auch es gibt so ein dickes dickes Buch das sie für den Film damals hergestellt haben wo die ganzen Produktionszeichnungen und Storyboards und sonst irgendwas drin sind gibt es irgendwie nur fünf Stück davon auf der Welt oder so die halt er und wichtige Menschen von der Produktion hatten so ein ganz seltenes Ding vor ein paar Wochen ging ein Link durchs Internet wo irgendwie Scans von den Seiten jetzt im Internet auch irgendwie sind dass man sich dieses Buch tatsächlich auch anschauen kann also diese Dokus auf jeden Fall sehr zu empfehlen den Inkal ist ein Comic den ich auch aus der Bücherei so aus meiner Kindheit kenne den Freund von mir damals glaube ich auch irgendwie gelesen hat oder so wo ich damals aber ja nicht so nicht so richtig reingekommen bin da war ich glaube ich da war ich einfach noch nicht weit genug in meiner in meiner Comic lesenden Entwicklung dafür da war mir das glaube ich einfach noch irgendwie zu weird oder so und ich habe dann letztes Jahr aber ich habe auch die sechs Bände die vor weiß ich nicht zehn Jahren oder so mal bei Splitter erschienen sind 2012 ja das sind jetzt exakt zehn Jahre ja genau also die die sechs Bände habe ich mir damals eben auch gekauft weil ich mich dann eben im Laufe der Zeit dann eben doch stark für Möbius dann auch angefangen habe zu interessieren und nicht nicht immer alles von ihm auch aufgelegt war und dann wurden die gerade mal wieder neu aufgelegt und habe es aber nicht komplett gelesen bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen also ich glaube letztes Jahr die ersten drei Bände oder so dann gelesen und dann wurde ich wieder durch irgendwas anderes abgelenkt wie das bei mir leider immer der Fall ist aber ja also Möbius muss man natürlich nicht viel zu sagen wenn man seinen Stil mag ist natürlich ein hervorragender Zeichner und das ist beim Inkal nicht anders und ich glaube auch dass diese Verbindung dieser beiden Köpfe Möbius und Hodorowsky wirklich eine sehr interessante ist beides also beides sind spirituell genau also Möbius hat ja auch Drogen für sich entdeckt und hat da eine sehr spirituelle Ebene und eine abgefahrene Ebene für sich auch entdeckt und deswegen ja auch diese Trennung aus Jean Guirot der einen recht klassischen Abenteuer Comic quasi gemacht hat und Möbius der diesen sehr persönlichen auch also bewusstseins erweiternden und auch aus erweitertem Bewusstsein heraus geschöpfte Comics gemacht hat und ja da ist der Inkal natürlich auch ein Klassiker ich finde sogar wenn man jetzt noch nicht mit Möbius vertraut ist dann kann man dann entweder seine Silversurfer Reihe lesen oder man fängt mit den Inkal an weil das fand ich auch relativ einstiegsfreundlich auch für Leute die franco-belgische Comics nicht mögen oder noch nicht so viel damit zu tun haben das ist halt wirklich du merkst den Einfluss den Möbius hatte mittlerweile überall und von daher würde ich sagen ja das ist einstiegsfreundlich auch wenn es ein bisschen abgedreht wird und abdriftet aber ich hatte schon allein durch diesen abgefuckten Humor der mich damals als Kind schon nicht getriggert hat aber mir da gefallen hat das hat es für mich aufgelockert ob es dazu dann die Luxus Ausgabe braucht weiß ich nicht weil die ist mit 59 Euro schon sehr hochpreisig und das ist das ganze halt im Überformat in schwarz weiß da muss man halt dann wirklich Hardcore Möbius Fan sein um das zu schätzen zu wissen und vor allem auch einen dicken Geldbeutel haben Andi hast du Erfahrung mit Möbius und oder Chodorowski also nein aber ich bin kurz davor sie zu sammeln denn es gab vor ganz kurzer Zeit ist leider schon ausgelaufen und ich bin mir auch nicht sicher ob ich das hier schon mal erwähnt hatte ein Humble Bundle zu Möbius da waren wahnsinnig viele PDF-Dateien bekommbar und ich habe quasi so gefühlt jetzt einmal die komplette Arbeit von Möbius Digital hier auf dem Rechner muss ich mir halt mal irgendwann in Ruhe geben das sind ja irgendwie auch ein paar hundert Comics die ich da in dem Pack bekommen habe und da ist Inkai glaube ich auch dabei gewesen insofern freue ich mich da drauf wenn ich irgendwann mal alt und grau bin kann ich die in Ruhe lesen so viele sind das ein Hinweis den ich auch gerne noch plage und auch da bin ich mir nicht sicher ob ich das hier nicht schon mal gemacht habe es gibt einen Podcast namens nie im Kino spektakulär gescheiterte Filmprojekte vom Bayerischen Rundfunk und auch da gibt es eine Ausgabe zu genau diesem Projekt und da habe ich viel gelernt zu Jodorowskis Dune geht es hier einfach und das ist eine halbe Stunde die kann man sich echt mal geben mit vielen netten Anekdoten zu genau diesem Thema das ist exakt alles was ich weiß oder auch Behind hat dazu eine relativ knackige Doku gemacht es gibt auch ein Prequel zu der Inka ist halt nicht mehr von Möbius gezeichnet ich habe das auch nicht gelesen ich kann dazu nichts sagen aber das wurde dann von Jodorowsky noch ein Auftrag gegeben und diese Inka-Reihe hatten die damals 2012 aufgelegt als Möbius dann gestorben war ich bin auf ihn halt in der Zwischenzeit immer wieder mal gestoßen weil er auch für Transmetropolitan ein paar richtig schöne Cover gezeichnet hat die sehr stylisch sind okay das heißt der Andi wird sich dann irgendwann in Möbius noch einarbeiten wie gesagt das ist ich glaube ich auch immer noch so dass nicht immer alles ich finde es sowas immer sehr interessant Möbius ist so ein da ist man sich einig dass das ein Klassiker ist da sollte man immer meinen das Zeug wäre ja verfügbar so Klassiker wären immer irgendwie immer verfügbar aber Möbius ist genauso einer der selten vollständig für längeren Zeitraum verfügbar ist so alle zehn Jahre wird mal wieder eine Neuausgabe von irgendwas rausgebracht dann verkauft die sich halt irgendwie an diejenigen die es noch nicht haben und dann ist es erstmal wieder weg und im Zwischenzeitraum wenn man sich dafür interessiert hat man Schwierigkeiten ist herzubekommen das gleiche in Amerika in Amerika auch lange Zeit Möbius nicht verfügbar gewesen und dann auch so ab und zu mal wird wieder was veröffentlicht und dann dann geht es auch wieder irgendwie out of print Splitter hatte ja da auch vor ein zwei Jahren dieses Möbius Opus das war so ein Luxusband Hardcover so 100 Euro da haben sie quasi so seine Mittel Urlau Jahre veröffentlicht in einem ziemlich schicken Band die Nachfrage ist groß aber er ist nicht so verfügbar wie wir es gerne hätten und das ist dann auch das Riese wenn es dann rauskommt in einer Luxus Ausgabe wo es dann so ich würde mich schon mal dafür interessieren aber kaufe ich mir dann die 100 Euro Ausgabe dafür ich glaube nein wenn ich eben nicht schon Fan bin vor allem wenn du nicht weißt ob es dir zusagt dann sind 100 Euro halt wirklich ein Haufen Geld also von daher diese Humble Bundle Sache war da sicherlich ein guter Griff wenn man am Rechner oder am Tablet oder immer Comics liest wenn man da mal die Möglichkeit hat sowas zu zu kriegen zum günstigen Preis dann kann man da auf jeden Fall mal gut reinschauen und ja Möbel ist auf jeden Fall ein spannendes Thema gibt es natürlich auch viele unterschiedliche Sachen und ich habe auch nur einen Bruchteil davon gelesen ja und das Bonusmaterial geht halt auch ziemlich auf Jodorowskis Dune an das ist fast interessanter als der Comic aber dann kann man halt auch das Bonusmaterial loben ja absolut okay Andi magst du weitermachen ja genau denn ich möchte heute über Gotteskrieger sprechen und Gotteskrieger ist eines von diesen Comics die ich mal eben mitgenommen habe als ich auf der Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung war und das ist jetzt nicht unbedingt so eine Internetseite auf der ich ständig surfe weil es da super tolle Nachrichten und extrem spannende Informationen für mich gibt nein die haben ein eigenes publizistisches Programm wenn man so will und man kriegt da einfach super günstig Comics diesen Tipp habe ich mal irgendwo bekommen und ich bitte mir auch allen den hier bei den Comic Cookies schon hin und wieder mal gedroppt zu haben dort habt ihr die Gelegenheit Comics zu erwerben in einer besonderen eigenständigen Ausgabe die speziell eben für die Bundeszentrale für politische Bildung erstellt worden ist also eine eigene Auflage von Comics die sonst bei Verlagen erscheinen und bei diesen Verlagen kosten die halt einfach mal mehr sind aber meistens auch ein bisschen größer sind bei diesem Verlag dann häufig auch im Hardcover hast du nicht gesehen aber wenn es euch nur darum geht den eigentlichen Comic zu lesen in einer sagen wir mal Ausgabe mit vielleicht dünnerem Papier in einem Softcover für aber eben auch deutlich weniger Geld dann seid ihr bei dieser Bundeszentrale total gut aufgehoben ursprünglich erschienen Gotteskrieger von Alexander Vogt und Lukas Kummer nämlich bei einem Verlag namens Tintentrinker den Tintentrinker verlag kannte ich nicht keinen blassen Schimmer was das ist wer das herkommt keine Ahnung und dort gibt es den für 20 Euro 160 Seiten gebunden ich habe jetzt keine Ahnung ob Hardcover oder nicht aber gebunden gebunden heißt normalerweise Hardcover eigentlich ja für 20 Euro und bei der Bundeszentrale gibt es den für 7 Euro also wirklich ein ganz Stück günstiger weil er dort eben aber auch wie gesagt in einer speziellen Ausgabe bekommt und eben auch subventioniert ist wie ich schätze und da habe ich mal zugeschlagen mir Dinge gekauft und ja Alexander Vogt den ich jetzt nicht kenne hat beim Tintentrinker Verlag auch noch einen weiteren Comic veröffentlicht Tagebuch 1418 und soweit ich jetzt hier die Übersicht auf der Internetseite sehe haben beide Comics gemeinsam dass sie sich quasi eine Figur rauspicken und anhand dieser Figur geschichtliche Ereignisse erzählen und genau ein solches geschichtliches Ereignis wird uns hier auch in Gotteskrieger erzählt denn hier geht es um Münster und wie in Münster im Jahre 1534 unser Protagonist Heinrich Gräsbeck dafür sorgt dass die Stadt Münster wieder von den ich glaube Täufern beziehungsweise Wiedertäufern befreit wird so ist jetzt auch so ein Thema weiß ich nicht habe ich jetzt vielleicht mal im Geschichtsunterricht was von gehört aber ist jetzt auch nichts wo ich jetzt so mega viel Ahnung hatte und ich weiß noch nicht so genau ich glaube ich war mal in Münster und habe da sogar so eine Stadtführung gemacht ob das da mal Thema war das sind so Dinge die nimmt man auf und vergisst sie vielleicht auch wieder wenn man da nicht so mega drin steckt vielleicht mal kurz so zwischengefragt Münster Täufer Wiedertäufer Befreiung ist es irgendwas was euch was sagt das Thema nicht ich war auch schon in Münster aber das Thema sagt mir jetzt nichts ist bei mir tatsächlich auch eine Bildungslücke und da hat man vollstes Verständnis für also ernsthaft das ist halt so eine Geschichte die reiht sich so ein bisschen ein in das Thema Reformation mit der Kirche und wir wissen ja da gab es diesen Luther und der hatte seine Thesen und ich glaube das steht hier zum Beispiel auch drin das ist ganz toll bei dieser Ausgabe von der Bundeszentrale die hat nämlich noch einen dicken Anhang da werden ganz viele geschichtliche Dinge noch gezeigt und man sieht da Bilder und Scans von irgendwelchen Originaldokumenten und so also hat schon irgendwie auch einen Bildungsanspruch und diese Gotteskrieger Geschichte hier und diese Münster Befeindungsgeschichte und so die ist eben einzuordnet diesen Reformationszeitraum mit Luther und eben auch Zwingli den wir der letztlich das selber gemacht hat wie Luther nur in der Schweiz soweit ich weiß und da gab es eben die Bewegung der Täufer die Täufer das ist einfach eine weitere Reformationsbewegung die diesen lutherischen Gedanken noch ein bisschen weiter trägt denn Luther war schon irgendwie wie es scheint also für die Reformation der Kirche aber er hat die Obrigkeit also die Strukturen der Kirche und insbesondere sowas wie ja sag ich mal Bürgermeister oder Könige von kleinen Reichen und so das hat er nicht angefasst das war dem schon irgendwie auch wichtig dass so etablierte administrative Strukturen bestehen die Täufer hingegen die wohl scheinbar vor allem auch aus Holland kamen aus den Niederlanden die wollten alle Menschen gleichstellen die hatten dann noch so ein bisschen extremere Ansätze und haben sich noch eher am Wort Gottes also an der Heiligen Schrift orientiert als das vielleicht Luther selbst auch getan hat soweit jetzt mein Informationsstand ja und es geht letztlich darum dass wir hier erleben wie unser Protagonist der Heinrich Gresberg hier so ein bisschen autobiografisch ist es aufgezogen also die erste Szene beginnt damit dass er ein alter gesetzter Mann ist und da kommt jemand und will seine Lebensgeschichte aufschreiben und diese Lebensgeschichte erzählt er uns der Autor Alexander Vogt hat hier das schreibt er auch gleich im Vorwort so ein bisschen alle bekannten Informationen die es zum Protagonisten gibt gesammelt und in eine ja so ein bisschen gekürzt ein bisschen gestrafft teilweise Dinge dazu gedichtet eben um da eine runde Geschichte draus zu erzählen und das hat auch soweit funktioniert das kann ich schon mal sagen denn auf gerade mal circa 120 Seiten Wahnsinns glaube ich kriegen wir eine relativ runde Geschichte erzählt wie unser Protagonist nämlich einfach sein Leben wiedergibt er lernt also so einen Typen kennen der soll hingerichtet werden er ist offensichtlich ein Täufer und dieser Täufer sagt ihm er nimmt irgendwie Kontakt zu dem auf hier geh mal nach Münster weil da findest du deine Zukunft und da wird alles gut und das ist erstmal für ihn ganz interessant denn seine Mutter lebt in Münster also macht er sich auf den Weg nach Münster und ja in Münster da geht es eben los da ist so richtig die Revolution am Start und vor allem im religiösen Sinne dort sind neue Personen die sich da jetzt aufspielen die das Münsteraner Volk ja letztlich zum Umsturz bewegen wollen das Ganze ist deshalb interessant weil Münster selbst belagert wird der wenn man so will Bürgermeister oder König von Münster weiß ich gar nicht so genau ist vor die Stadttore verbannt worden hat da einen riesen Heer um sich gescharrt kommt aber nicht rein Münster ist wohl durch den dicken Burggraben und dicke Mauern nahezu uneinnehmbar und innerhalb Münsters ist da jetzt so diese ja wenn man so will städtische Revolution und die wird halt immer extremer darum geht es auch der Titel Gotteskrieger gibt das auch schon ein bisschen her es geht hier um religiösen Fanatismus und wie es eben wenige Personen schaffen Menschen für sich zu gewinnen mit ganz extremen ja auch in dem Fall eben religiösen Einstellungen und das ist so ein bisschen das was man jetzt auch so mitkriegt wenn man sich über den IS unterhält oder andere religiöse Fanatiker und genau das hier ist ja auch der Fall also wir hatten das kann man dann letztlich sagen auch in Deutschland offensichtlich mehrfach Fälle von religiösem Fanatismus mit Toten mit Gewalt mit einfach Gewaltherrschaft die auch militärisch durchgesetzt worden ist und genauso ist es auch der ursprünglich wie es scheint gute Gedanke dieser Täufer wird immer radikaler immer extremer weil eben zum Beispiel die Nahrungsmittelvorräte in Münster einfach irgendwann auch verteilt werden müssen und die werden dann rationiert und irgendwann gibt es immer weniger und aus dem ursprünglichen Gedanken wir sind alle gleich vor Gott es gibt hier keinen vorgesetzten König oder so selbst davon wird natürlich irgendwann abgewichen wollen naja vielleicht gibt es dann doch einen der ein bisschen gleicher ist als die anderen all das wird uns hier gezeigt ist erhellend interessant und wieder mal lehrreich genau wie auch barfuß in Hiroshima und wird auch durch ein Artwork präsentiert von Lukas Kummer der in den letzten Jahren echt ganz ganz viel tolle Arbeit geleistet hat der ist in Deutschland kein Unbekannter mehr der veröffentlicht auch tolle Dinge die wir zum Beispiel beim beim Zwechel Verlag bekommen auch ganz neu wird da demnächst wieder was erscheinen bekannt ist unter anderem auch die Verwerfung von ihm der steht bei mir auch noch im Schrank Prinz Gigaherz kriegt demnächst noch einen zweiten Teil und ich bin dran mir den mal für ein dickes Interview zu schnappen da vielleicht schon mal als Hinweis dass da vielleicht was kommt der hat das ganze Ding hier gezeichnet mit einem sehr interessanten Artwork das ja also er hat einfach er arbeitet super mit Licht er kriegt immer so ganz toll hin dass sie halt ja einfach Kontraste zwischen Flächen durch Licht super funktionieren ich kann das nicht viel besser beschreiben aber seine Farbpalette wird prima angepasst eben wenn es darum geht zum Beispiel auch mal Nacht zu zeigen Nachtszenen oder verschiedene Dämmerungsszenen und so das ist ganz cool und es ist ein sehr sauberes also das heißt sauber es ist doch es ist ein sauberes Artwork aber eben ein einständiges es sieht ein bisschen matschig aus aber das ist Absicht und es ist kein Matsch ich finde nur gerade keine besseren Worte dafür ich habe immer genau glaube ich verstanden worauf er jetzt gerade den Fokus legen will das ist echt ansprechend und wie gesagt sehr lehrreich ich habe das in einem Rutsch durchgelesen und das war ein Griff den ich wirklich so ach ja guck mal hier steht auch noch liest du mal hast du mal gemacht habe ich getan ich bereue es nicht und möchte hier auch noch mal grundsätzlich positiv erwähnen dass es hier auch einen tollen Anhang gibt mit Zusatzmaterial das eben noch mal ein bisschen Details und Erklärungen bringt in die ja in die Handlungen und Sachen die dann eben auch in den Comic mit eingewoben werden zum Beispiel die Frage warum bei der Lambert Kirche in Münster bis heute noch so Eisenkörbe hängen was es damit auf sich hat und das alles ist einfach ganz cool insofern meine meine Empfehlung für geschichtlich interessierte für deutschgeschichtlich interessierte Leute wie sieht es aus Patrick du hast gemeint das ist was wo du auch noch Lücken hast geschichtlich aber hier muss man auch mal ehrlich sein Täufer wieder Täufer deutsche Geschichte Münster das sind vielleicht nicht die großen Blockbuster Themen der Comicindustrie oder ne natürlich nicht aber an dem Thema wird dann wahrscheinlich dieser kritische Umgang auch mit der Religion und dieses Fanatismus aufzeigen relevanter sein oder beziehungsweise der für mich interessantere Aspekt war ja wir wissen es ich bin nicht besonders religiös aber gerade dann dieser kritische Umgang damit wäre dann so ein Punkt wo ich sage okay da würde ich mich zumindest mal reinlesen es scheint ja auch ein recht regionales Thema zu sein also es gibt ja immer so diese also in Münster lernt man das wahrscheinlich vielleicht auch irgendwie mal in der Schule oder so kann ich mir vorstellen da kennt man sich dann vielleicht eher damit aus aber wenn das jetzt keine besonders große überregionale Ausstrahlungskraft hatte dann habe ich das in Bayern halt nicht gelernt aber das ist natürlich trotzdem interessant dann eben mal solche regionalen Sachen die man noch nicht kennt auch mal zu lernen schauen uns ja auch Dokumentationen aus anderen Ländern an dann ist es sicherlich auch interessant da mal was aus Münster zu lernen ich weiß jetzt nicht genau wie wie groß jetzt die die Strahlkraft dieser geschichtlichen Ereignisse war wie überregional das war was bei mir bei solchen Sachen dann immer wichtig ist dass es eben tatsächlich auch als als Comic Erzählung gut funktioniert dass es nicht einfach nur ein ein Info Comic ist eine Infobilderung einer Geschichte die ich auch als Prosa Text hätte lesen können sondern dass es eben auch wirklich eine grafische Erzählung in dem Falle dann ist mir ist jetzt Freistaat Flaschenhals in den Sinn dazu gekommen weil ich den letztes Jahr gelesen habe von Marco Wirsch und Bernd Kissel wo es ja auch um eine sehr regionale deutsche Geschichte geht um das Grenzgebiet zu Frankreich fand ich also auch das war auch ein schöner Comic ja also wunderschön gezeichnet vor allem also ich mag Bernd Kissel als Zeichner sehr gerne der hat diesen franko-belgischen Funny-Stil sehr sehr gut drauf aber trotzdem auch einen eigenen Strich dabei ich fand auch die Geschichte interessant hatte aber da trotzdem auch beim Lesen immer so ein bisschen das Gefühl es wird halt viel Information viele Jahre Geschichte in diesen einen Band reingepackt und deswegen ist es dann teilweise geht es glaube ich also von meinem Empfinden ging es auch zu Lasten des des flüssigen Erzählens aber es ist ein ein anstrengenderer Lesefluss das gebe ich zu aber bei Comics kannst du halt wenn du es gut machst wenn du da Talente dahinter hast Geschichte auch deutlich leichtfüßiger präsentieren als es jetzt zum Beispiel bei einem Buch oder bei einer Doku möglich wäre Ja ich verstehe diese Einwände sehr gut und ich kenne da auch negative Beispiele ich habe vor einiger Zeit mal Feindgebiet gelesen er erschienen beim Zwerchwill Verlag fand ich ganz schlimm weil da auch irgendwie geschichtliche Aspekte mit einem Protagonisten die es tatsächlich gibt oder gab viel eher erzielt worden sind aber da hast du es den kompletten Comic über nicht geschafft irgendeine Art von Identifikation oder gar Sympathie mit dem Protagonisten aufzubauen das war einfach nur eine Aneinanderreihung von ja Informationen das fand ich ganz schwierig das ist hier bei Gotteskrieger sehr viel besser gelungen da ist es schon so dass du wirklich du kriegst immer anhand dieses Protagonisten wirklich sehr feinfühlig Dinge erzählt wie er seine Frau kennenlernt wie halt eben ja einfach die Emotionen das emotionale Welt das funktioniert viel besser und immer wenn es mal so eine Information gibt wie zum Beispiel also die komplette Handlung spielt ja unabhängig von Luther aber es wird natürlich mal kurz gesagt so Luther hat das und das gemacht und zack hast du zwei drei Seiten diese plötzlichen schwarz-weiß wo dir dann auch wirklich ganz knapp genau das nochmal gezeigt wird was Luther gerade gemacht hat und das wirkt relativ harmonisch mit eingewoben erhellend und informativ und ja also da kann man wirklich mal ein Kompliment aussprechen es ist dem Autor dem Alexander Vogt sehr gut gelungen hier eine runde Geschichte zu erzählen er sagt das ja wie gesagt auch im Vorwort er hat die Verdichtung vorgenommen er hat ein bisschen was fiktionalisiert und so und insgesamt ist dann damit schon auch eine runde Geschichte entstanden ja klingt ja klingt ja richtig gut war mir jetzt bisher auch nicht bekannt der Comic ne kann ich bestätigen okay Patrick hast du noch Fragen dazu oder irgendwelche Anmerkungen nö okay Andi willst du noch was dazu bevor wir weitergehen ne danke wir haben's wir haben's ich wollte jetzt nicht einfach irgendwie abschneiden falls du jetzt noch irgendwas Wichtiges dazu sagen wolltest okay aber dann mache ich weiter mein dritter Comic von Tetsuya Tetsuya heute zwei Bände Poison City ich habe beide Bände gelesen sie sind auch wieder bei Carlson Manga erschienen der erste Band 2015 der zweite Band 2017 und ich habe ja vorhin bei Manhole schon gesagt dass wir nochmal zu Manhole zurückkommen werden wenn wir über Poison City reden denn Poison City ist die Verarbeitung in einem fiktionalen Comic von echten Erfahrungen die Tetsuya Tsutsui gemacht hat mit Reaktionen auf seinen Comic Manhole ich sage jetzt erstmal was zur Handlung von Poison City es geht um einen jungen jungen Mangaka der einen Horror Manga zeichnet namens Dark Walker und das ist über die beiden Bände Poison City hinweg auch verstreut eingebaut also man liest auch immer wieder Seiten aus diesem Comic im Comic aus diesem Manga im Manga also man bekommt auch Seiten aus Dark Walker präsentiert und das ist auch da wo der erste Band direkt einsteigt also man steigt eigentlich ein in den fiktionalen fiktiven Manga im fiktionalen Comic Poison City also ein Horror Comic ja es geht um Infizierte also es wird nicht Zombie genannt aber es geht so ein bisschen in diese Richtung es geht um einen Kannibalen Virus und Menschen die eben versuchen zu überleben und eine Frau die eventuell ein ja die die resistent ist und da eventuell ein Gegenmittel gefunden werden könnte und wie die versucht zu überleben noch mit einem anderen Partner und so und das wie gesagt das ist der Comic den dieser junge Manga Zeichner gerade frisch macht und bei einem Verlag bei Shoesha ein großer also ein real existierender einer der größten japanischen Manga Verlage die den Comic eben auch oder den Manga in einem ihrer Magazine rausbringen die Situation in diesem Japan wie es in diesem Comic Manga dargestellt wird ist ein Japan der Zensur es gibt eine gewisse Behörde die Manga einstuft und sagt das ist schädlich für Jugendliche das darf nur unterm Ladentisch verkauft werden oder erst nach Vorlage eines Ausweises oder ab 16 ich habe vorhin gesagt Manhole steht hinten auf der deutschen Ausgabe empfohlen ab 16 drauf und wenn es noch weiter geht dann wird eventuell sogar der der Mangaka als schädlich eingestuft und das ist dann schon quasi Berufsverbot und wenn es ganz weit geht dann wird er sogar einer gewissen Therapie unterzogen so ähnlich wie bei Clockwork Orange also dass sie dann eben eine Abstumpfungstherapie unterzogen werden und danach nur noch dem System zuarbeiten das ist die Situation also diese junge Manga findet sich dann eben in der Situation dass ihm das auch erklärt wird und dass es also auch sein könnte dass sein Manga da beanstandet wird von dieser Behörde und dass es dabei tatsächlich um die Darstellung von Gewalt geht und zwar rein optisch also es wird nicht wirklich Wert darauf gelegt wie das in die Handlung eingebaut ist und wie sich das vielleicht auch in einem der folgenden Bände oder Kapitel noch auflöst sondern rein ich gucke auf die Seite ich sehe Blut ich sehe einen abgeschlagenen Kopf oder irgendwas das wird beanstandet und wenn die Seitenanzahl der beanstandeten Seiten einen gewissen Prozentsatz übersteigt dann gibt es eben eine Einstufung für diesen Manga was natürlich dann auch wirtschaftliche Einbußen für den Verlag und für den Mangaka bedeutet es dürfte nicht mehr öffentlich beworben werden zum Beispiel wir haben in Deutschland eine ähnliche Situation mit Filmen und so also genauso so in die Richtung geht es dass dass dann eben im Laden steht ein Schild wenn ihr euch für den Manga interessiert dann müsst ihr an den Tresen kommen und einen Ausweis vorlegen und es darf eben nicht an Jugendliche verkauft werden es gibt dann in der Geschichte einen Manga der tatsächlich so als schädlicher Autor eingestuft wurde der so eine Therapie durchgegangen hat der jetzt irgendwie so Weichspül Manga im Team macht wo er eigentlich überhaupt keinen kreativen Einfluss mehr hat also er mehr oder minder nur noch der Durchpauser ist für andere die die Geschichte entwickelt haben und die auch schon vorgezeichnet haben beziehungsweise Fotos gemacht haben und der vor einigen Jahren eben Comics rausgebracht hat Mangas rausgebracht hat die in einem Gerichtsfall eine Rolle gespielt haben wo ein Jugendlicher ein Kind oder einen anderen Jugendlichen umgebracht hat und in der Berichterstattung hieß es er hat diese Manga das hat ihn auch dazu verführt eben anderen Menschen Schaden zuzufügen jemanden umzubringen und deswegen ist dieser Manga und dieser Mangaka eben als schädlich eingestuft und auch eine Therapie unterzogen worden es gibt dann noch einen Journalisten sondern einen Autor entweder Roman oder Theater bin ich mir jetzt nicht mehr sicher der diesem Gremium mit angehört das aber viel kritischer sieht und dieses Gremium dann auch irgendwann verlässt und dieser ganzen Geschichte um diese Innocence Manga auch nachgeht und da auch was aufdeckt was eigentlich nicht ganz so richtig gelaufen ist das will ich jetzt hier nicht spoilern also das ist so die Geschichte also es läuft darauf hinaus wie setzt sich dieser junge Mangaka jetzt mit dieser Situation auseinander dass er jetzt gerade seinen ersten großen Comic seinen ersten großen Manga veröffentlicht und dann eben in Schwierigkeiten Gerät mit diesem Gremium und mit dieser Zensurbehörde und dieser generellen Situation der Zensur in Japan also in diesem fiktionalen Japan dieses Manga das ist eine recht interessante Geschichte auch hier und hier vielleicht noch mehr als in den anderen beiden Manga die ich heute vorgestellt habe gibt so Infodump Sequenzen weil hier dann auch wirklich historische Elemente noch mit reinkommen also es kommt dann ein amerikanischer Verleger der sich für Dark Walker interessiert und der den in Amerika verlegen will kommt dann nach Japan und erzählt dann die Geschichte des Comics Code Authority als in den USA eben genau so ein Siegel eingeführt wurde weil wir wissen alle oder wissen vielleicht nicht alle aber viele von uns wissen Fredrick Wertham und seine Schrift Seduction of the Innocent wo er Comics dafür verantwortlich gemacht hat für die Gewalttätigkeit der Jugend und dann eben Verbrennung von Comics stattgefunden haben und die Comic Industrie dann eben den Comics Code eingeführt hat wo dann ein Gremium sich die Comics angeschaut hat und dieses Siegel vergeben hat das auf den Comics dann eben drauf war approved by the Comics Code Authority womit dann klar war dieser Comic ist für Kinder geeignet und das war eigentlich dann mehr oder minder kommen um die Läden rein zu kriegen das führte damals dazu dass der Verlag EC Comics der hauptsächlich für Horror und Krimi Comics von William Gaines platt gemacht wurde eigentlich und ja also diese Geschichte wird dann da eben erzählt und hat einen Einfluss darauf dann Fahrenheit 451 von Ray Bradbury spielt eine Rolle das kommt dann auch noch mit vor weil es dann eben um die Verbrennung von Bücher geht und Zensur von Literatur also das sind Fragen die hier alle so verhandelt werden Kunstfreiheit quasi Kunstfreiheit und Zensur historisch und das eben in Form dieser fiktionalen Geschichte um diesen Manga kam auch hier wieder gute Geschichte hat mir gut gefallen war in den zwei Bänden auf jeden Fall gut durch erzählt hat auch einen spannenden Bogen auch durch Erfahrungen machen und Recherchen machen und das Ganze dann gegen Ende quasi so in einer großen Verhandlung vor diesem Gremium dann aufeinandertrifft und dann diverse Reden gehalten werden aus verschiedenen Perspektiven auf dieses Thema dann geblickt wird wie ist das jetzt einzuschätzen wie schädlich ist das jetzt für Jugendliche oder nicht und wie ist die Kunstfreiheit da einzuschätzen was bedeutet das für das kreative ausleben oder sind sie eben nur noch Teile in der Maschinerie und machen nur Weichspülware also das soweit zum Manga gute Sache auch zu empfehlen und jetzt kommt der Teil aus dem wahren Leben und der bezieht sich wieder auf Manhole denn Tetsuya Tsutsui hat das mehr oder minder so erfahren müssen was in diesem Manga verhandelt wird denn er hat mehrere Jahre nach der Veröffentlichung von Manhole irgendwann rausgefunden dass die Präfektur Nagasaki in Japan nämlich genau so ein Gremium besitzt und genau solche Urteile fällt über Manga die dann als schädlich eingeschuft werden und nicht mehr offen verkauft werden dürfen und hat sich dann damit auseinander gesetzt und hat dann da recherchiert wie das überhaupt ist und warum er das nicht weiß und der Verlag das nicht weiß und das jahrelang passieren kann ohne dass die das mitkriegen und wie das überhaupt funktioniert und es ist dann tatsächlich so es gibt dann da ein Gremium das irgendwie zusammengesetzt ist die schauen sich diese Manga an blättern aber mehr oder minder nur rein also die lesen die nicht wirklich weil sie auch gar nicht die Zeit dafür haben da wird dann wirklich nur gezählt auf wie vielen Seiten ist Gewalt und überschreitet das ein Prozentsatz sind es mehr als 20 Prozent dann wird es verboten ist es weniger dann ist es okay spielt keine Rolle wie das in die Handlung eingebunden ist weil jeder hat so einer Gremium Sitzung dann mal beigewohnt wo das dann war ich weiß jetzt die Anzahl nicht mehr so genau es grob 18 Leute aber es gab nur das ursprüngliche Urteil aufgehoben werden könne und dann wurde das nicht gemacht und einer hat dann gesagt ich kenne mich mit Mangern nicht aus und warum sollte ich das Urteil von dem damaligen Gremium außer Kraft setzen die werden sich dabei schon was gedacht haben also das alles sehr komisch sehr seltsame Veranstaltung und sehr sehr fragwürdig wie damit Kunst umgegangen wird und das fand ich gedacht okay jetzt lese ich auch noch Manhole dazu weil das ja relevant ist für Poison City und dann lese ich halt auch noch Prophecy weil steht ja auch daneben und ist vom gleichen Autoren also da finde ich Poison City wirklich sehr empfehlenswert der ist auch vom Verlag noch zu haben und es sind auch nur zwei Bände und gerade ja diese Geschichte was darf Manga was Kunst was wo trifft sich so Kunstfreiheit und Menschenwürde und Persönlichkeitsrechte und so und wie wird das in Einklang gebracht und was was ich weiß nicht gerade wurde ich bin jetzt kein ich bin ja kein großer Hiphopper aber ich weiß dass Danger Dan von der Antilopen Gän gerade dieses Lied rausgebracht hat das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt guter Song habe ich mir schon ein paar Mal angehört kann man machen also spannendes Thema und sowas dann eben in einem in einem fiktionalen Comic umzusetzen im Manga umzusetzen fand ich sehr sehr spannend und dabei dann eben auch noch etwas reingeblättert oder reingestreut auch noch die Seiten aus dem Manga um den es hier geht ein Wort noch auch hier zum zum Lettering die diese Seiten diese eingestreuten Seiten des des fiktiven Manga sind in einem anderen Font gelettert als als der eigentliche Manga wer den ausgesucht hat gehört direkt entlassen ich sag's mal ein bisschen drastisch dieser Font ist total schlecht lesbar also wenn du bei Umlauten die Punkte nicht sehen kannst dann ist echt kacke zu lesen das ist also die der Font an sich ist schon nicht so dolle aber dann dass man Umlaute auch nicht wirklich erkennen kann das hilft dem Lesefluss dann auch nicht mehr also das ist dann noch ein zusätzliches Hindernis zu den anderen Schwierigkeiten die wir vorhin schon angesprochen haben aber darüber hinweg gesehen man kommt da schon durch es hindert einen halt eben am Lesefluss aber es ist jetzt nicht komplett unleserlich Poison City dahingehend auf jeden Fall eine Empfehlung von mir und die auseinander ist mit dem Thema es ist dann eben auch das habe ich noch nicht erwähnt aber hinten in den Bänden ist eben diese Geschichte aus das Autorenleben dann eben erklärt also in zwei Teilen eben auch also in Band 1 der Anfang und in Band 2 dann das Ende dieser wahren Geschichte aus der Präfektur Nagasaki also von daher sehr sehr interessant da sind dann auch Beispielseiten hinten abgedruckt was als schädlich und als was nicht schädlich eingestuft wurde in Manhole also von daher Poison City wirklich eine Empfehlung und wenn man dann Manhole noch dazu lesen kann um sich selber einen Eindruck davon zu verschaffen worum es da geht finde ich das eine interessante Sache empfehle ich Ist das so ein Ding wo man danach erstmal ganz depressiv und traurig in die Zukunft blickt oder gibt es einen positiven Abschluss naja also nachdem das jetzt nicht überall so ist also der negative Ausblick in die Zukunft ist jetzt nicht so stark weil ich jetzt nicht sagen kann oh mein Gott ja genau in so einer Diktatur leben wir und auch in Japan ist eben nur diese eine Präfektur ist die das so betreibt und nicht ganz Japan ist ist es jetzt nicht so dass man da direkt in Depressionen verfällt und die die Kunstfreiheit dahin schwinden sieht ich ich lässt 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 auch nicht nicht alles rechtfertigen ich glaube sowas wollte ich sagen es gibt auch für die Kunstfreiheit gibt es gewisse Grenzen aber diese Grenzen müssen natürlich auch immer wieder neu ausgelotet werden und immer wieder neu verhandelt werden ich habe da im Studium auch mal ein Referat drüber gemacht also finde ich einfach generell ein spannendes Thema und Poison City da auch einen guten Vertreter in dieser Diskussion also ja also ich finde es ist immer noch ein unterhaltsamer Comic auch und es ist auch kein Comic wo man jetzt hinterher in Depressionen verfällt weil man glaubt die Realität wäre so weil es ist sie ja faktisch jetzt zumindest in unseren Gesellschaften so nicht also Danger Dan kann seinen Song rausbringen ohne direkt verklagt zu werden und selbst wenn er noch verklagt wird dann wird sich dann eben rausstellen ob die Klage auch gerechtfertigt ist aber das Lied konnte erstmal veröffentlicht werden und ist nicht direkt verboten worden ist auch gerade ziemlich in den Medien präsent weil er das bei Böhmermann auch rausgebracht hat genau da war er jetzt auch gerade hat es da vorgespielt da gab es dann auch noch eine Diskussion zu dem Thema auch und Böhmermann hat ja auch seine Erfahrungen mit der Diskussion um die Kunstfreiheit gemacht ich habe so ein bisschen den Eindruck als wäre ja das jetzt bei Poison City das worüber man sich unterhält genau diese Kunstaspekte, diesen Meta-Aspekt und weniger so die eigentliche Handlung weil die nur so Instrument oder Mittel zum Zweck ist ist das so, ist da letztlich die Handlung einfach nur eine Handlung und das Meta-Thema Ja in gewisser Weise dann schon das muss man schon leicht zugeben also über weitere Strecken fühlt es sich tatsächlich so an wie das was ich auch vorhin angekreidet habe bei den anderen Manga mir wird jetzt halt viel Information geliefert in einem Monolog dass diese Meta-Diskussion da jetzt geführt wird trotzdem ist die Einbettung in diese fiktionale Handlung schon auch gegeben und auch interessant genug also weil man dann eben über diese fiktionalen Figuren ja auch die innere Diskussion dann auch mitbekommt so die Frage also ich werde jetzt vor die Situation gestellt möchte ich den Manga der Verlag sagt zu mir wir veröffentlichen das so aber du musst damit rechnen dass dieses Gremium dann Entscheidungen trifft die dir schaden werden wir werden unser Möglichstes tun dass alles okay läuft aber wir können es nicht garantieren du hast jetzt die Möglichkeit zu sagen okay ich verändere Seiten damit das dann alles frei veröffentlicht werden kann und nicht eingeschränkt wird oder ich lasse es wie es ist und rechne eben damit dass mir das in meiner Karriere und auch in meinem Einkommen schaden kann und diese Diskussion die der Künstler in dem Moment dann eben mit sich führt ist da auf jeden Fall auch eine interessante und auch sinnvoll eingebaut in diesen Comic und ist in dem Moment dann schon auch auch handlungstragend weil man ja doch auch mit den Charakteren dann in gewisser Weise mitfiebert und ihre Entwicklung auch mitmacht und da ist es dann also nicht nur reine Metadiskussion hat denn das Lesen von Manhole dann noch das Ganze tiefer gemacht oder sagst du ja kann man auch auslassen also man muss Manhole dazu nicht lesen das sicherlich nicht also in Poison City selber geht es ja nicht explizit um Manhole sondern um diesen fiktiven Manga Dark Walker und wie gesagt im Anhang in diesem Zusatzmaterial kriegt man dann ja Seiten aus Manhole auch präsentiert die das verdeutlichen was eben im wahren Leben die Diskussion dazu war aber natürlich klar ist es wenn man sich damit beschäftigt dann auch vor allem der Manga stand für mich jetzt ja schon ich hätte mir den Manga jetzt nicht extra besorgt aber er stand ja im Regal direkt neben Poison City bei mir in der Wohnung deswegen konnte ich den auch noch mit dazu lesen weil es mich natürlich dann auch jetzt natürlich in Vorbereitung für den Podcast auch interessiert hat da mal rein zu gucken und mal zu schauen wie gewalttätig ist dieser Comic wie und es ist ja auch ganz interessant das dann eben zu sehen dass auf der deutschen Ausgabe dann auch drauf steht empfohlen ab 16 also es ja wie ich vorhin gesagt habe in Japan schon 2005 erschienen die deutsche Ausgabe dann 2012 also ich glaube zu dem Zeitpunkt war die Diskussion oder dieses Mehr- oder Minderverbot von Manhole dann auch schon bekannt also ich glaube vor diesem Hintergrund wurde der Manga dann in Deutschland auch schon veröffentlicht ich weiß es nicht zu 100% aber von daher finde ich es da schon interessant dass da eben auch drauf steht empfohlen ab 16 auf der deutschen was ich glaube dass das nicht in jedem Land so der Fall ist also Amerika geht ja mit Gewalt in Medien zum Beispiel ganz anders um als das bei uns der Fall ist und in Japan weiß ich es auch nicht genau wir sind in Nagasaki wurde es eingeschränkt wie aber eigentlich der Comic dort ob der irgendwie ein altes Label hat oder nicht das weiß ich nicht aber inhaltlich jetzt zum Beispiel in Poison City geht es ja schon darum dass quasi die Zensur bedeutet der Manga darf nur an und ich glaube es wird explizit gesagt über 16-Jährige mit Vorlage des Ausweises oder so verkauft werden Manhole muss jetzt keinen Ausweis vorlegen aber empfohlen ab 16 in der deutschen Ausgabe und das was bedeutet ja auch schon mal dass Tetsuya Tsutsui ausgeht Manhole dürfen auch unter 16-Jährige freilesen und der deutsche Verlag sagt ich mache ein Label empfohlen ab 16 drauf also auch da natürlich kulturelle Unterschiede Ich finde diese Meta-Ebene tatsächlich interessant ich bin da durch Marvel und DC auch öfter mal drauf gestoßen also auch bei der Jerry Siegel und Joe Schuster da wird dieser Comic Code of Authority auch immer wieder angeschnitten oder wenn man die Geschichten aus der Gruft-Serie gesehen hat und dann sich in diesen Skandal in Verbindung ruft mit den öffentlichen Comic-Verbrennungen und wie man hier William Gaines quasi vor Gericht öffentlich diffamiert hat also es war schon heftiges Zeug die Zeiten waren damals halt auch andere heutzutage würdest du über diese Gewaltspitzen die damals waren würdest du mit der Schulter zucken und sagen ja okay das läuft heutzutage um 12 Uhr auch auf RTL 2 oder auf ProSieben damals war das schon heftig Es gibt natürlich immer wieder diese Diskussionen also die haben wir auch alle schon erlebt irgendwo passiert eine Schießerei und der Herr Bosbach stellt sich hin und sagt Videospiele gehören verboten und so also das haben wir alle erlebt in den letzten 10, 20 Jahren ich erinnere mich daran in den 90er Jahren als in England Jamie Bulger ein kleines Kind von zwei Schülern umgebracht wurde und das zum Beispiel zurückgeführt wurde auf die Chucky-Filme da wurden direkte Parallelen gezogen zwischen der Ermordung und Jamie Bulger mit bestimmten Szenen aus Chucky 2 oder 3 damals zu dem Zeitpunkt also es gibt immer irgendwie ein bestimmtes Medium das irgendwem gerade ein Dorn im Auge ist und da dann eben also als als ja als Sündenbock auch herhalten muss satanische Musik ein ganzes Satanic Panic aus den 80er Jahren und so war da schon und natürlich in einer offenen Gesellschaft verschieben sich die Grenzen dann natürlich immer weiter und weiter also natürlich ist es heute anders als es damals zu Seiten von William Gaines war als es zum Fall Jamie Bulger war und so und was irgendwann Musik war wurde dann eben irgendwann Videospiel und nach dem Videospiel wird es jetzt Social Media oder was auch immer also irgendwer ist immer schuld und ja deswegen diese Diskussion wird nicht wird nicht alt also sie verändert sich nur in gewisser Weise ein bisschen aber die die Diskussion wird immer irgendwie da sein und immer wird irgendwer den Finger auf eine bestimmte Geschichte oder auf ein bestimmtes Medium richten und sagen da da ist die Schuld oder ich weiß nicht je nachdem wie ihr das noch so mitbekommen habt ihr seid ja ein bisschen jünger als ich als Big Brother vor 20 Jahren in Holland war es 1999 bei uns ein bisschen später als das das erste Mal rauskam und was da für gesellschaftliche Diskussionen geführt wurden ob man das machen darf irgendwie so Menschen in so einem Container irgendwie einsperren für weiß ich nicht 100 Tage oder was es damals waren und so und dass die Außenwelt da so als als Voyeure und Gaffer sich das Ganze anschaut und und vergleich das mal natürlich mit Reality TV heute und die Gesellschaft also wir würden zumindest wahrscheinlich sagen die Gesellschaft existiert trotzdem noch andere Gesellschaften blicken wahrscheinlich eh auf uns und sagen mein Gott da hat da das Hopf von Malz verloren die haben Gott hinter sich gelassen und die Verrohung der Gesellschaft und sonst irgendwas also das ist ja auch immer eine Frage der des Standpunktes bei solchen Diskussionen aber ich finde es eine super spannende Diskussion und wie gesagt Poison City da auch einen guten Beitrag dazu ich finde auch das gibt interessante Denkanstöße auch für diese zu dieser Zensursache und damit wo man selber sagt ja okay jetzt ist es genug wenn du das mit Holz vergleichst dass da einige Sachen auch vom Index wieder runtergenommen wurden und so dann merkst du da hat schon ein Umdenken stattgefunden diese Diskussion werden nur eben immer wieder auf andere Plattformen verschoben oder gerade zum Beispiel wenn damals gab es einen Amokläufer wegen Final Fantasy 7 at the end Children oder es kam raus diese Amokläufer hat diesen Film gesehen und dann wurde auf Final Fantasy 7 at the end children eingehackt ja ganz klar ganz ganz viele Beispiele das ist allgegenwärtig immer wieder absolut klar und ich würde da nicht den Film oder dem Medium sich Schuld geben sondern dass da auch in der Gesellschaft teilweise ein bisschen was schief gelaufen ist oder dass das Umfeld da auch nicht unbedingt das Beste war ja also natürlich also wie gesagt die Diskussion findet immer statt mal lauter mal weniger laut je nachdem was gerade los ist und es gibt auch kein es gibt keine Lösung in dem Sinne glaube ich auch für diese Diskussion weil da natürlich einfach unterschiedliche Standpunkte zu der ganzen Thematik gibt zum Abschluss möchte ich noch ein kurzes Beispiel sagen wo ich mal derjenige war der gesagt hat ich bin ja eigentlich kein Freund von Zensur aber und das zu einem Film der in Deutschland als Kunst eingeschuft wurde und in Frankreich in Porno-Kinos lief der Film Baises Moi fick mich zu Deutsch ach ja der also mit expliziter Gewalt und sexuellen Handlungen gespickt ist und wie gesagt soweit ich weiß in Frankreich nur in Porno-Kinos lief in Deutschland frei in Kinos gekommen ist weil es ja als Kunst quasi eingestuft wurde ist der einzige Film wo ich mir aktiv überlegt habe rauszugehen weil ich ihn wirklich als menschenverachtend empfunden habe damals zu dem Zeitpunkt stand aber relativ allein mit meiner Meinung da also viele haben den auch als furchtbar großes feministisches Manifest gefeiert ich hatte Diskussionen mit einem Freund dazu der den auf einem feministischen Filmfestival gesehen hatte und so und also ganz tolle Frauenbefreiungsfilm und ich fand ihn tatsächlich einfach hauptsächlich menschenverachtend aber und das ich wo ich derjenige bin der so in meinem Freundeskreis der einzige war der der auch aktiv Horrorfilme geguckt hat und so aber gut so wie gesagt ich fand den auch harten Tobak ich stelle mich dir so ein Stück weit zu ich habe den seitdem auch nicht mehr gesehen vielleicht würde ich es auch heute ein bisschen anders einschätzen das kann ich nicht sagen aber damals war meine Reaktion halt eben so und das ist auch schon wieder 20 Jahre her okay dann verlassen wir dieses Thema und kommen zum letzten Comic für die heutige Folge und damit ist der Patrick genau also ich habe hier noch die Chroniken des Universums von Richard Marazzano und Ingo Römmling also Ingo Römmling hat es jetzt geschafft dass er mit einem Franco-Belgier einen Comic produziert hat Marazzano war halt für die Story verantwortlich und Ingo Römmling verleiht dem Ganzen so seinen Stil gerade wir aus Frankfurt für uns ist Ingo Römmling kein Unbekannter und ich finde das cool wie er sich entwickelt hat in der Zeit also am Anfang hat den Ecke noch an Splitter vermittelt und hat ihn quasi mehr oder weniger da mit einem breiteren Publikum bekannt gemacht weil er in der Anfangszeit da war er noch bei Zwerchfell und hat so diesen Comic Die Toten gezeichnet so eine deutsch postapokalyptische Serie über eine Zombie-Invasion die dann in Europa startet und in der Zwischenzeit hat er sich immer weiter gemausert von Malcolm Max zu Star Wars Comics zu Guillermo del Toro wie heißt's Trolljäger oder auch Survivor Girl und ja ich verfolge ihn ganz ich verfolge gerne seinen Werdegang und finde es cool dass er jetzt auch auf einmal im franco-belgischen Genre angekommen ist das gönne ich ihm und von daher war ich da auch hellhörig als er jetzt einen franco-belgischen Comic mitgemacht hat das ist ein Science-Fiction Comic die Chroniken des Universums Band 1 der Sternenstrudel auch bei Splitter erschienen kostet in etwa 16 Euro es geht um eine fürs All sagen wir es mal so diverse Truppe das sind quasi Studierende im All bei Star Trek wäre das halt damals noch Wesley Crusher und andere Jugendliche gewesen die immer wieder auf so Erkundungstouren im All gehen so ein bisschen Jugend forscht im All und irgendwann stoßen die auf eine Anomalie die das Schiff mit dem sie sind droht zu absorbieren und die Jugendlichen müssen jetzt forschen und rausfinden was hat es damit auf sich im Schiff ist ein Gefangener der heißt Pearl der kann Gedanken lesen und die so ein bisschen manipulieren und der Dekan hat auch eine leicht zwielichtige Vergangenheit also um den gibt es auch ein Mysterium am Anfang ist es noch relativ naiv gestartet aber ja du kannst auch bei Harry Potter nicht erwarten dass er direkt im ersten Kapitel mit einer Knarre auf Voldemort zugeht sondern dass er seinen Lernprozess hat und dann dieser Endkampf irgendwann startet und relativ schnell entwickelt sich hier aber eine gewisse Dynamik und ein in dem Twist gibt es dann ein Mysterium das dann Lust auf mehr macht und auch dass diese Besatzung nicht ganz so ist wie sie auf den ersten Blick scheint und dieser Mystery Aspekt durch dieses Phänomen macht halt auch Lust auf mehr hat ein relativ offenes Ende das aber anfix das war für mich wie so der Pilotfilm für eine Science Fiction Serie ich habe eine Kritik gelesen die da stand es ist so eine Mischung aus fünf Freunde trifft Star Trek und das ist ein sehr passender Vergleich ich war da angefixt und wir haben hier ja man könnte sagen Klischee Charaktere wir haben so die eine Person die immer zur Knarre greift die eine die das wissenschaftlich analysieren will wir haben dann auch so ein paar Aliens unter den Studenten und ja und ein paar Mysterien die das ganz interessant machen und auch die ich war angefixt Ingo Römeling muss ich auch endlich mal mehr lesen weil ich fand also ich habe den auch mit die Toten entdeckt damals und ich mochte die Toten und ich mochte gerade auch seinen Zeichenstil sehr gerne und dann eben Survivor Girl ist ja auch bei Zwerchfell erschienen und auch sehr sympathische Comic von von Piwi geschrieben und auch super gezeichnet und so und habe natürlich dann auch immer so verfolgt so eben Malcolm Max und dann gesehen dass er Star Wars macht und so und dann mag seinen Zeichenstil total gerne habe aber eben tatsächlich Malcolm Max auch leider bisher noch nicht gelesen da fehlt mir das immer noch aber ich sehe auch immer genau wie du es gerade so beschrieben hast sehr sehr ja wohlwollend diese diese Entwicklung also freue mich da sehr wie viel mehr Aufmerksamkeit er auch bekommen hat in den Jahren und dann eben auch an ja an an guten bezahlten Jobs wahrscheinlich auch gearbeitet hat also ich weiß jetzt nicht ob Star Wars die die größte kreative Erfüllung ist keine Ahnung weiß ich nicht das wird bestimmt so ein Traum für jeden gewesen sein dass er einmal in Star Wars mitbeteiligt gerade im künstlerischen Bereich das ist bestimmt schön das will ich auch nicht in Abrede stellen aber ich kann mir auch vorstellen dass es Projekte gibt die vielleicht näher am Herzen sind die man selber auch entwickelt oder mitentwickelt hat nichtsdestotrotz finde ich das schön ich habe sogar mal einen Bekannten aus Amerika der auch schon auf Ingo Röbling aufmerksam geworden ist der hat auch schon gesagt Mensch schade dass du wenig halt übersetzt es ins Englische und ja also von daher ich habe das auch mitbekommen dass das diese Neuveröffentlichung da jetzt gibt und habe mich auch gefreut aber ja schön wieder ein Abenteuer Comic ein Genre Comic Ingo Röbling ist da glaube ich also für mein Empfinden aktuell auch einer der besten Zeichner in Deutschland für diese Art von Comic Was ich hier auch der coolen Aspekt finde ist dieses Erkundungsmäßige also dass man hier auf Erkundungstouren geht das fehlt mir aktuell bei Star Trek schon massiv dass dieser eigentliche Kernaspekt der Star Trek ausmacht eher in den Hintergrund gerutscht wurde und hier hast du den ziemlich präsent das hat mir in der Hinsicht gefallen Andi deine Meinung ich schließe ich schließe mich euch vollumfänglich an ich finde das ist ein sehr interessantes Projekt insbesondere Ingo Röbling ist für mich jetzt der Grund eigentlich das ganze mal genauer anzuschauen den lieben Ingo durfte ich für die damalige Digital Comic Messe Leipzig interviewen da hat er parallel zu dem Interview wir haben es in Videoform gemacht Dinge gezeichnet für Star Wars und hat da so ein paar Sketche gemacht auch mit Baby Yoda und so und das war ganz toll der Mann hat einfach echt Ahnung das sieht super aus was er macht und ich freue mich auch darüber dass er hier eine bemerkenswerte Serie nach dem anderen betreut und würde mir jetzt tatsächlich auch mal hier dieses Chroniken des Universums mal genauer anschauen das ist eine ongoing eine Miniserie was ist das Patrick ich vermute mal ich weiß nicht ob es ongoing ist aber ich würde mal sagen es wird so eine fortlaufende Serie sein ähnlich wie Malcolm Max hier hast du halt auch ein recht offenes Ende das Lust auf mehr macht auf wie viel das ausgelegt ist steht hier leider auch nicht mit dabei aber solange sich das nicht totläuft oder so gönne ich denen das das Cover sieht ziemlich bunt aus wie sieht es generell mit der Colo aus ist das eine reduzierte Farbpalette oder da ist auch viel Neonfarben aber das passt eben zum Science Fiction Setting und das Bunte steht auch mit so ein bisschen für diese diverse Truppe im All würde ich sagen passt da auch obwohl die Töne in dem Comic teilweise schon recht düster sind also du hast hier wirklich viele dunkle Seiten die erkunden viele dunkle Katakomben der ist nicht so knallbunt also nicht dauernd so knallbunt wie es auf dem Cover aussieht ja würde ich auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen das sind so die Momente wo ich es auch echt vermisse in den Comic Laden zu gehen wo ich dann mal weil wir haben ja hier mit Ultra Comics in Nürnberg wirklich einen großen Comic Laden wo man dann die Gelegenheit hat solche Sachen einfach zum einen erstmal auch zu entdecken wenn man sie nicht irgendwie anderweitig mitbekommt weil sie dann da auf dem Neuheitentisch liegen und dann eben auch wirklich mal richtig rein zu blättern klar es gibt für viele Sachen online irgendwie Leseproben und sowas aber ich mag es halt einfach dann wirklich auch selber mal ein bisschen richtig in das Buch reinschauen zu können und das fehlt mir tatsächlich momentan stark diese wir haben gestopfen bei euch ja weil du kannst bei uns ja in die Comic also es ist bei uns so in Bayern die längste Zeit waren Buchhandlungen ausgenommen von dieser Sonderregelung also die waren bei uns geschlossen also in Berlin waren sie ja durchgängig geöffnet und Comic Buchhandlungen zählen da zu den Buchhandlungen bei uns waren sie geschlossen bei uns kamen dann Buchhandlungen rein in diese Gruppe der Ausnahmen wie der Lebensmittelhandel dass Buchhandlungen auch öffnen durften das heißt theoretisch hätte ich in den letzten weiß ich nicht zwei Monaten oder sowas die Möglichkeit gehabt in die Buchhandlung zu gehen dafür muss ich aber in die Innenstadt reinfahren und das tue ich nicht also es gibt keinen Grund für mich außer dass ich eben sagen würde ich gehe gezielt in die Comic Buchhandlung das wäre der einzige Grund für mich jetzt momentan in die Innenstadt reinzufahren und das habe ich jetzt in letzter Zeit halt nicht gemacht weil ich mich tatsächlich mehr oder minder zu Hause eingrabe und jetzt sind die aber auch aus dieser Priorisierung wieder rausgefallen vorerst mal also Buchhandlungen müssen jetzt wir sind bei einer Inzidenz über 100 in Nürnberg sind jetzt erstmal wieder nur Click and Meet ja bin generell gespannt was die Comicläden dieses Jahr und wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch mitmachen müssen ob sie dann alle noch gibt oder nicht wir werden es sehen ok klasse sind wir dann sind wir jetzt rund durch damit ich glaube wir haben eine Menge besprochen wie immer auch viel abgeschweift dabei aber ich glaube trotzdem irgendwie am Thema dran geblieben ich hoffe unsere Zuhörer wir haben ja auch tatsächlich Hörer die es mögen wenn wir abschweifen das Gespräch hatte ich auch schon ja mal schauen was nach dem Schnitt hier noch an Minuten auf dem Tacho steht ich glaube das könnte mal wieder ein Highlight werden hier mal gucken wir haben jetzt schon eine Weile aufgenommen vor allem wenn das jetzt hier schon knapp drei Stunden geht wie sehr wird dann die hundertste Ausgabe eskalieren das Gute ist wir haben ausnahmsweise mal morgens um zehn angefangen da bin ich noch frisch wenn wir das wieder abends um sieben oder so machen würden würde das rapide bergab gehen vielleicht drehe ich dann auch nicht so viel aber gut ich sage vielen Dank in die Runde es hat mir wieder großen Spaß gemacht vielen Dank Andi vielen Dank Patrick vielen Dank an alle Zuhörenden gebt uns gerne Feedback wie wir am Anfang schon gesagt haben über die verschiedenen Kanäle Signal Telegram könnt ihr euch irgendwie melden über Twitter Facebook Instagram und wie ihr uns sonst noch so findet wir freuen uns drauf und ansonsten treffen wir uns alle wieder in spätestens einem Monat zur großen Jubileumsfolge 100 bis dahin auf wiederhören ciao bye 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 gonna la 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 go 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 hin Untertitelung des ZDF, 2020